Ich fordere Dominik und Lukas zum großen Mega-Ausfall-Duell heraus. Doch wie geisterkrank es diesmal wird, das siehst du jetzt. Sag gerne, Create-A-Core Big Spin für kostenfreien Support im Shop. Ein immer mehr von euch machen das. Kurs geht raus und wir gehen rein. Lukas, CR, bist du online? Jetzt mach, Digga, da war doch... E-Bolem, E-Bolem, Pudding, 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 Pudding. Wer denn? Der ist oben, der ist oben, du Esel, oben. Digga, du musst deutlich sprechen. Hast du so lange gebraucht, um den Pudding zu finden? Big Spin, du musst dir so vorstellen, du darfst bei Lukas nicht wie bei Paus machen. Lukas ist ein Rentner. Lukas, Digga, du musst mindestens drei Sekunden mir geben, damit ich die Karte finde. Okay, mindestens drei Sekunden. Ich sage... Royal Giant. Es gibt halt Realtalk, keine schlechten Karten, ne? Es gibt Realtalk, keine schlechten Karten, es ist Geistertag. Ich habe jetzt seit acht Jahren kein Draft gespielt, ich weiß gar nicht, was ich nehme. Die ersten zwei und die letzten drei, Lukas, ne? Oder wie du Scheid weißt. Er heult jetzt schon im ersten Game, heult er schon, dass er seit Jahren kein Mega-Dollar-Zockt hat. Boah, fokussier dich ein bisschen. Fokus. Bro, ich habe schon Big Spin um den Paypal geschickt. Ich habe gesagt, 50 Euro für den Gewinner, er schickt ihm sein Paypal. Ich kann das alles nicht. Ist schon noch für den Gewinner. Also, nun. Digga, was nimmt man denn jetzt? Also, Big Spin hat mir nichts gesagt über Price Pool. Big Spin? Oh, ja. Big Spin? Ja? Ja, ja, das sage ich dir jetzt, damit du dich freust. Wollen wir nutzen, was geht? Damit ich mich freuen, weil ich eh gewinne, oder? Ja? Ja, ja. Ja. Dominik, sag, sag, sag schnell. Äh, du nimmst einmal Mönch. Hä, die ist immer, man hast du selber genommen, oder? Wer ist Mönch? Achso, der, da. Ja. Okay, dann machen wir heute, machen wir heute zwei Karten. Ist okay, zwei erste, zwei letzte, passt. Hä, wie ist denn sonst? Normalerweise zwei und dann drei. Das geht nicht. Okay, dann machen wir, doch, haben wir gemacht. Dann machen wir zwei und dann drei. Aber in der ersten Runde dürfen wir noch alle zwei Karten am Anfang und zwei Karten am Ende. Das haben wir nie super gemacht. Und danach, nur dass wir haben es geändert. Danach machen wir zwei die ersten. Du nimmst einmal rein, warte. Da sind wir drin. Junge, das, nee, nee. Also, ja, können wir machen, aber, äh, nee. Ja, okay. Nach der Runde machen wir das so. Nach der Runde machen wir, dass fünf Karten gewählt werden. Ja, der ist dann der Gegner gewählt. Ich muss, ich muss leider sagen, Bro, hast du ihm Mönch gegeben? Ja, es gibt keine Karten, die Value gibt. Du hast ihm Mönch gegeben und der Gegner hat Feuerball. Oh nein, Alter, er hat die USA, er hat Seppis und er hat Tesla. Keine Karte, du hast Reflekte, fokussier dich jetzt. Du hast ihm Mönch drei Musketierungen gegeben. Eben, der Gegner spielt Feuerball, Dominik. Das wird in einem Desaster enden, versteh das bitte. Nein, Mann, er muss einfach nur nicht dumm sein und seine Feuerball richtig spielen. Nicht meine Gegner immer. Es nervt. Einfach nur nicht dumm sein ist in dieser Challenge der absolute Wirt-Call, Dominik. Guck mal, der liegt schon, der liegt schon. Ja, na klar. Ach, ich lasse los, Mann. Der Mönch, der Mönch. Okay, immerhin, immerhin. Prägt nichts. Er macht die Stower down. Prägt nichts. Handel drin. Oh, er spielt so krass. Er hat ein gutes Deck, aber er spielt wie der größte Pflauenplücker. Ey, ganz kurz, wie kann ich Kanonenmann aktivieren hier? Ich kann nicht Kanonenmann aktivieren. Kanonenmann kannst du aktivieren, indem du in deinem normalen Deck den Kanonenmann ausgewählt hast und dann in die Challenge gehst. Hier sieht es aus wie kurz, dein zwölf. Vielen Dank, Ehre. Oder wenn du einfach Code-Bixen einträgst, dann kommt der Kanonenmann auch automatisch in den Deck. Ist das besser oder schlechter? Das ist dein dir überlassen, ne? Das ist tatsächlich dir überlassen. Ich gehe rein. Aber darf ich? Ja, okay. Andreran111 wählen sie mir Karten. Du nimmst einmal Lava-Hund und einmal Goblin-Giant. Aber hast du den drin? Ich habe ihn drin, ja. Okay. Nimmst du ihn deswegen jetzt auch rein, oder was? Du willst nur wissen. Ich hätte sowieso gesehen, ob du ihn drin hast. Wolltest du dich nehmen? Bro, die so pickt er, Goblin-Giant, die so pickt er Rakete, diese zwei Spells gerendieren. Ja. Ja, doch, das ist schlau. Das ist tatsächlich schlau. Dass die Rakete gepickt hat, ist sehr, 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 sehr schlau. Das appreciate ich auch. Da bin ich dem Gegner auch extrem dankbar für, dass er die Rakete pickt. Verstehst du? Und jetzt wird es ganz so wild, weil jetzt kann ich mir ganz entspannt einen Mönch nehmen. Und ich sneeke mir so den Mönch in mein Deck. Es ist der Warnspin. Es wird ein absolutes Fest. Und der Mönch kommt rein. Der Mönch tritt meinem Deck bei. Und ich bin so unfassbar happy über diese Karte. Jetzt darf ich sogar noch zwei wählen, weil Lukas verkotet hat. Das heißt, ich nehme mir jetzt den Koboldianischen Käfig. Und dann noch so eine richtig geile... Boah, ich weiß, was ich nehme. Ich nehme so eine Nachthexe. Ich nehme so eine richtig geile Nachthexe. Was habt ihr euch so gemacht? Wie war euer Tag? Was habt ihr euch bisher so getan? Kamstabat. X-Bogen, X-Bogen, oh nein, oh nein, du nervst so sehr, es ist zu schreien. Ähm, Doom-Zer hat beim Gym und dann hat er gestreamt. Und dann springt er jetzt wieder und dann springt er wieder. Und dann springt er wieder. Ja, warte, ich darf ihn aussuchen. Moment mal. Äh. Egolem. Kann der mal Hexe picken? Kann der mal eine Stumse und Hexe picken einmal? Willst du eine Stumse? Sind wir dran? Ja. Äh, Riesenskidett. Zack. Okay, geil, vier Tanks, aber ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich mache das. Wenn ich sehe, was Apokalypsis pickt, dann ist es wirklich die Apokalypsis. Hab ich Sparky nehmen sollen? Sparky? Ich hätte gar nicht sein Sparky, ja, Bro. Ja, Bro, aber... Also Sparky wäre ja wirklich ein guter Pick gewesen. Ja, wenn Leute den Hawk so playen, dann weißt du halt schon, dass die das schon... Ja, ja, es ist wirklich so. Wenn Leute den Hawk so playen, dann weißt du genau, dass die Clashural-technisch minderbemittelt sind. Ja, minderbemittelt sind jetzt Halti. Kennst du Halti? Wurden Lucky Dogs genervt? Nein, Lucky Dogs sind auch nicht genervt, sondern die Creator haben es leider falsch kommuniziert. Bixen, ich war dein Tag. Weil sie es aber auch nicht besser wussten. Digger Bixen. Ja? Du hattest mal richtig stabile Haare, als ich jetzt in deinen Stream irgendwann geschaut habe. Ja. Und jetzt grad sieht das einfach aus wie Arschritze wieder. Hä, ich sage, ich sage, ich bin auf ne Mission, Rosa. Ich bin auf ne Mission. Ich hab vor drei, vier Tagen ganz gut geguckt. Da warst du in Köln, da hattest du stabile Haare. Ja, du musst... Warte, Digga, das sieht aus, als würdest du auf Dauerwelle gehen und das ist es nicht. Doch, ich gehe auf Dauerwelle. Was glaubst du? Doch, du hast ja noch eine Dauerwelle, sage ich. Du trollst. Nein, warum, hä? Ist das bescheuert? Nein, hä, ist doch nicht nice. Was? Digga, das kannst du machen, wenn du 17 bist. Hä, Dauerwelle ist es. Du bist zu alt dafür. Alter, Maul. Digger, das kann man nicht mehr machen in deinem Alter, das ist raus. Wie? Was lauerst du, Digga? In welchem Meter bist du denn unterwegs? Als ob eine Person an den Alter gebunden ist. Ja, ab 30, dann, du doch, Glatze. Und du diesen René Schmock, oder wie der heißt? Nein, ich guck keinen TikTok. Was willst du von mir? Digga, ich hab keinen TikTok, aber den kennt jeder. Digga, der hat so... Digga, der Chat weiß, wen ich meine. Der hat so einen Snack-Automaten, daher kenne ich den. Digga, was lauerst du nicht voll mit dem Snack-Automaten, Bro? Bist du zwölf? Dann siehst du aus wie der Typ, der den Snack-Automaten hat. Und der sieht nicht gut aus. Bist du zwölf? Mixpin, darf ich dich gleich abrischen? Ich kriege wirklich, kriegst du auch Krankheiten gerade? Ich bin dein Sohn. Ja, 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 ja. Ich bin zehn Minuten, ich bin zehn Minuten. Natürlich, ich kann das nicht mehr, bitte. Digga, das ist der, der seinen Sohn paniert. Wie der? Was lauerst du mich voll? Wer ist denn der, der seinen Sohn paniert? Mann, was ist das? Digga, kennt ihr den nicht? Nein! Der hat den Paniert, ja, 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 ja. Der paniert seinen Jason-Sohn. Was labert ihr, was labert du mich voll? Siehst du, der Chat? Guck, der paniert seinen Sohn. Der paniert seinen Jason-Sohn. Wie siehst du, die Leute wissen, was ich meine. So siehst du dann aus. Und Digga, das kannst du nicht machen. Warte, ich hatte, warte. Ich habe sogar, glaube ich, ein Bild gehabt davon. Ich nicht. Ich meine, ich hatte in dem Stream-Map irgendwo... Das ist so entscheidend, ne? Ich muss unbedingt gewinnen. Der paniert alles und die Storys wollten, die Kommentare wollten, dass er seinen Sohn paniert. Ja, was höre ich denn hier, Mann? Ja, bei Real Talk, da sahst du wirklich zu der Bier aus. Und jetzt, weiß ich nicht... Hier, ich habe ein Bild. Da hast du dir so ein bisschen hochgegelt. Ja, lass mich doch mal kochen, Junge. Bro, mein Gegner ist der Gott! Ich habe jetzt gegen den Lil'Prin! Ey, du verlierst ja gerade. Ja, ach, echt? Weil ich zugelaufen werde! Weil der Typ seinen Sohn paniert! Digga, Jason würde jetzt paniert. Warte, ich schicke dir mal ein Bild von dem, was ich meine, wie du aussahst. Und dann schicke ich dir ein Bild von René Schmock, der seinen Sohn paniert. Kannst du mir auch ein Bild von Halti schicken? Warte. Ja, ich weiß nicht, mir geht das, der absolut Urgroht. Keine Ahnung, Digga. Ja, ist der Beste, ich weiß nicht. Digga. Ich habe verloren, ich habe verloren, ich habe verloren. Ich kann nichts tun. Andreran111, der Absolute Urgroht. Er spielt wie der Beste. Er spielt wie der Beste. Ich gucke mir den Müll nicht an. Ich gucke mir, ich gebe doch keinen so einen Klick. Ich gucke mir doch nicht an, wie jetzt jemand seinen Sohn paniert. Du musst doch nicht wieder einen Screenshot. Ich schicke dir einen Screenshot. Digga, ich habe wegen dir verloren, weil du meinst, der paniert seinen Sohn. In welcher Welt lebe ich hier? Ich sage, du pickst jetzt hier Eisculem. Digga, da hast du echt Stabidehaare und jetzt gerade siehst du er auch so. Bro, ich zeige es mal an, du durchwichtigst du, Mann. Bro, hä, lass mich doch mal kommen mit meinen Haaren, hä? Dauerwelle ist es. Bro. Ich sage, Dauerwelle könnte carry. Äh, äh, äh. Okay, noch eine Karte von mir. Und zwar bekommst du einmal die Elixi... Ne, ne, doch, die Elixiopumpe. Meine Haare-Dauerwelle könnte, 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 könnte top werden, sage ich. Äh, ne. Doch. Ne. Doch. Wer hat dir das überhaupt... Digga, wer hat dir diesen Hirnschmalz ins Hirn gepflanzt? Ich? Hä? Digga, so... Da, wo ich... Das, was ich dir geschickt habe, Digga, da sahst du wirklich sehr fresh aus. Ja, danke. Und jetzt würdest du eher aussehen wie Reni Schmock, der seinen Sohn paniert. Du hast mir noch einen Screenshot... Das soll... Ach, Digga. Da habe ich natürlich voll. Doch. So sieht der aus. Ich kann das alles nicht. Und so siehst du auch aus. Ihr seid alles Hater. Ihr seid alles Hater. Digga, der würde eigentlich gut aussehen, so wie ich, mit, mit, mit... Dauerwelle. Und ich habe den TikTok-Chat auf und die Leute schreiben, Er hat Heißluft-Vertösen. Jason wird paniert. Er sagt immer zu Red Bull, blaues Blut. Der Typ ist so scheiße. Äh, Dominik, nimm mal... Nimm mal... Äh... 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 Freeze. Ich kann das alles nicht. Baut aus Blut. Irgendwie sind die Satie so dumm. Ich fass das nicht mehr. Der sind alle so am Schiff. Lukas... Lukas... Also, Lukas, ne? Ich bin 15 Minuten der Challenge. Ich kann... Ich kann... Ich kann... Ich kann mir... Dich nicht mehr geben. Ich... Also, ja... Digga, Dominik... Aber Dominik, jetzt sag doch mal Retalks Dauerwelle. Gib doch mal deinem Bro Big zu den Chips. Ich sage Dauerwelle ist stark. Ja, der muss sich so hochstellen. Christian, zweiten Ehre. Ich weiß... Ja, das Hochstellen ist es, auch Midterm. Aber Longterm kann man trotzdem über gewisse Dinge nachdenken. Komm, ich sag gar nichts. Gut so. Aber die Fresse halten. Jungs, was soll ich sagen, ne? Was bist du ein bisschen? Bix, wie alt bist du nochmal? Ich bin, ähm... Was schätzt du? Digga, ich weiß doch ungefähr, wie alt du bist. Sag doch jetzt. Wie alt bin ich? Ja, du bist 23 oder 24. Ich bin 25, wie ihr es ist. Ja, ist doch dasselbe alles. Na klar. In dem Alter... Ich schwöre, der Lebensabschnitt ist immer der gleiche. Wie? Wie, der Lebensabschnitt ist immer der gleiche, du Eierkopf. Du warst nicht mal in den Lebensabschnitten drin. Ja, aber in dem Lebensabschnitt ist alles gleich. Puh, wieder ist alles gleich. Digga, okay, es gibt so Lebensabschnitte, so von... Von 14 bis 16 ist alles gleich. Von 16 bis 18 ist alles gleich. Von 18 bis zu 20 ist alles gleich. Und dann ändert sich langsam das. Ich... Ich hab alles. Digga, zum Beispiel. Mit 16 darfst du ein Bier trinken. Und das ist der Lebensabschnitt, der sich ändert. Digga, da ändern sich aber essentielle Dinge im Leben. Okay. Wow. Ich bin noch nicht so ganz... Noch nicht so ganz up to date, was du meinst. Also... Du bist 18, du bist 20, ne? Du bist 20 oder so. Wie, du bist alt? Ja, aber man merkt doch, dass man alt wird. Du bist 20! Was hast du für den Müll, Bro? Wochen tun langsam weh. Ja, kennst du halt die... Rückenschmerz. Also, na, Bro. Ich weiß das nicht. Okay, das meine ich jetzt nicht ernst. Aber... Also, ich check das mit den Lebensabschnitten. Bin ich ehrlich nicht bei dir. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Aber das ist doch von Leben zu Leben unterschiedlich, ob sich da was ändert. Nee, 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 nee. Natürlich, hä? Also, ja, 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 ja. Ist unterschiedlich. Aber es gibt so Sachen... Ich spreche für die Allgemeinheit jetzt so. Die meisten beenden dann so mit 22, 23 ihr Studium oder ihre Ausbildung. Ausbildung ist vielleicht schon früher durch. Und das ist so der Average, weißt du? Ja, natürlich, es gibt auch welche, die weiß ich nicht was machen. Aber so vom Average, weißt du, wie ich mein? Ja, du meinst, dass es danach so eine gerade Linie gibt. Und dass es danach erst mal nicht viel passiert. Du bist so in deinem Job. Und so weiter. Egal, danach ist man halt stark, bis man irgendwie 30 wird und alles wehtut. Also, das, was mir gerade am meisten wehtut, bist du. Dominic gewinnt. Echt? Ist das krass. Digga, mit 22 Studium fertig ist kein Average. Ja, dann halt rein. Und dann heulen. Okay, die letzten drei Karten dürfen jetzt gepickt werden. Ja. Ich bin drin. Okay. Pick du zuerst. Pick du zuerst. Ich pick zuerst. Ja, bitte, bitte Flamin richtig weg. Kartentechnisch. Ich kann das alles nicht. Okay. Du pickst einmal... Boah, es gibt wieder keine Müllkarten. Das ist doch insane. Okay, Lava-Hund. Ja. Lava-Hund. What a recent sign? Was? Ernst. Einer hat einfach geschrieben. 20 mit 65 verwechselt. Ernst. Ja, ja. Puh. Das ist komplett am Kracher, wirklich. Was nehme ich? Äh, Pekka. Also, ja. Ich sage auch, das ist was völlig anderes. Doch von Mensch zu Mensch super unterschiedlich. Ja. Natürlich. Ich rede aber vom Average. Ja, aber ich bin nicht der Average, Mann. Es ist doch unterschiedlich. Digga, aber ich rede jetzt vom Average Peter. Ja, aber dann ist es für mich ja nicht relevant, ob ich eine Dauerwelle mache oder nicht. Oder ob das für... Dann bin ich ja bei mir ja nicht gleich. Es ging doch gerade gar nicht um die Dauerwelle. Dann hast du alles angefangen oder nicht? Oder bin ich dumm? Ja, dann ist es angefangen. Aber dann ist irgendwann das Thema ein bisschen geswitzt. Ja. Ja, also ich sage, in meinem Leben ist von... ...so seit drei Jahren nicht alles gleich. Digga, mit 50 ist man halbtot. Du fühlst dich mal halbtot? Bro, das... Bro, das... Bro, na... Das stimmt sogar. Rein statistisch ist man sogar mit... ...wahrscheinlich so 35 halbtot oder so. Bro, was ist... Hä, was lauerst du dir? Bei Lebenserwartung ist es knapp 80 Jahre oder sogar über 80 bei Frauen. Digga. Okay, Google mal. Lebenserwartung in Deutschland. Ja, hä? Cool. Mach mal... ...wenn du nicht die ganze Zeit sollst, dich ultra... Mach mal... Dominik, Dominik, Dominik. Mach mal... E-Jant. Was ist die Lebenserwartung in Deutschland? Ich sage nicht über 80. Doch, Mann, ich weiß es doch. Neugeborene Jungen haben eine Lebenserwartung von 78 Jahren und neugeborene Mädchen haben von 83 Jahren. Ja, aber bei Männern, als ich rede mal von mir, ist es nicht über 80. Bist du ein Mann? 78 Jahre. Bro, das liegt aber auch einfach daran, dass... Du nimmst einmal, äh... ...Aji. Also ich sage, weil Männer halt einfach sich überdurchschnittlich irgendwelche dummen Gefahren aussetzen. Sie rauchen überdurchschnittlich oft, sie trinken überdurchschnittlich viel Alkohol. Ja, Dominik. Okay. Darum geht's doch auch gar nicht. Also mir ist schon klar, warum das bei Männern so ist. Das ist nicht schön. Okay. Aber du bist ja nicht halb tot dann mit 35. Mit 50 bist du auch nicht halb tot. Du kannst auch gar nicht sagen, halb tot, Bro. Mit 50 ist man mehr als halb tot. Digga, du bist nicht halb... Nein, du bist nicht... Das kannst du gar nicht... Digga, doch. Da fangen langsam die Midlife-Crisis an. Die Midlife-Crisis ist ab Ende 30, Bro. Weißt du überhaupt, was die Midlife-Crisis ist? Ja, wenn Frauen so den Sinn in ihrem Leben suchen. Hä, was ist das für ein dummer Call? Nein! Die Midlife-Crisis ist, wenn Männer ihr denken, dass so jetzt ihre beste Zeit vorbei ist. Und sich dann so Sportwagen mit 40 oder so dumme Sachen machen. Wenn Frauen so eine Orientierungsphase haben zum Beispiel, dann ist das auch. Das ist ja nicht immer die Midlife-Crisis, das könnt ihr ja auch mit 18 haben oder mit 70. Nein! Nein! Lukas, 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 Lukas. Ich kann aber das nicht. Wir können alle... Wir können alle... In einem halben Jahr tot sein, so alle! Alle! Jeder, so... Wie, du bist mit 35 halb tot. Es hat keine Regel. Es ist keine Regel. Es sterben Leute mit 10 und mit 100. Verstehst du? Es ist keine Regel. Ich sag doch nicht, dass es eine Regel ist, Dominik. Ja, es ist... Aber das, was du sagst, es macht keinen Sinn. Verstehst du? Bro, ich sag's, ich mein's auch nicht voll ernst, okay? Ja, aber... Ich sage, dass es ein bisschen... Okay, aber es geht jetzt um die Dauerwelle. Ich sage, die Dauerwelle ist gut. Ja, ganz kurz mal. Warum spielt mein Gegner die ganze Zeit die Melkpumpen, Digga? Ich kann nicht richtig in die Melkpumpen. Ich höre, die melken mich richtig aus, gerade. Guck dir das an. Nein, alles gut, Private Boss. War nur noch Spaß in der Sportbank. Ich war, ich hab's nur überspitzt darstellen wollen. Er ist 669. Ich danke dir für deinen Prime-Kuss. Digga, der Gegner hat keine Windcondition, schreib da in einem Chat. Stimmt. Ja, das ist auch so. Hab ich gerade auch gesehen. Seine Windcondition ist Mönch. Seine Windcondition bist du. Bitte keine Dauerwelle. Ich sage, das könnte gut werden. Ich guck mir das mal an. In meiner... Mir wurde eh gesagt, es dauert doch so ein Vierteljahr, bis überhaupt das möglich ist. Digga, du kannst nicht noch ein Vierteljahr wachsen lassen, Bro. Bro. Auch mal machen lassen. Digga, bist du eigentlich... Bist du Friseur oder warum laust du mich die ganze Zeit voll? Nein, Digga. Ja, ich fand, du sah sehr stabiler aus. Ich finde, du solltest es beibehalten. Ja, okay. Das nehme ich als Kompliment. Das nehme ich als Kompliment, aber ich sage auch, dass ich vielleicht noch stabiler aussehen könnte. Also so wie du im Zerr. So wie du im Zerr. Oh, jetzt hat er keine Windpumpen mehr. Also, Pixwelle, wenn du ein Dauerwelle machst, dann kannst du dich gerne in meiner Retteragentur bewerben. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich wusste, dass sowas kommt. Ist das krass. Was für eine Agentur? Die Retteragentur. Was? Ja, die kennst du nicht. Die ist noch geheim. Das ist so ein bisschen so geheimdienstmäßig, die Retteragentur. Junge, du bist auch... Digga, du bist ein Schmarotter. Los, gebt mir Karten! Ich bin schon vom Start gerade. Ihr kleinen Bengel. Ich muss mal loken im Hamsterrad. Ihr kleinen Bengel, gebt mir jetzt Karten. Äh, Digga, du musst gewinnen. Achso. Äh, nimm mal Egolem. Ja, okay. Ja, das ist jetzt mein Egolem. Ich habe nichts gewählt. Digga! Ja, du sollst eh gewinnen. Nimm Egolem. Soll ja rigged sein. Wie rigged? Das darfst du. Lukas? Also... Hey, ich soll nicht gewinnen. Das ist einfach mal ein Wiederholungsmensch, wenn ich gar bodenlos von Dr. Hausern gesniped wurde. Äh, Egolem. Du bist über Ostern nicht bei deiner Familie. Alter Lukas, dein Leben läuft absolut nicht richtig. Ja, aber meine Familie wäre doch diesen Gutschein geschenkt, Digga. Fack ich nicht ab, Mann. Okay, das ist jetzt ein Plottwist. Das ist ein Plottwist. Digga, außerdem gibt es doch noch Ostermontag. Und... Warte, es kam Freitag, Feiertag? Ja. Das kracht so sehr, ne? Lukas? Ich will die Nado. Wir machen die Challenge, Lukas. Sogar keine Lava, Bro. Digga, nein. Du kannst nichts verlieren. Was ist denn... Wie kann ich verlieren? Ja? Du kannst alles für... Und ich spiel kein Lava, mein Maydeck. Hä? Ich brauch jetzt zwei Karten. Ich kann 100 Euro verlieren. Ich benötige zwei Karten jetzt. Aber... Aber du bist doch ein guter Clasher, oder nicht? Digga, ich spiel doch fast das Spiel gar nicht mehr. Zwei Karten jetzt! Ich bin doch halb wie teilt. Drei Karten jetzt. Er pickt TX-Eastbook und merkt es Shepard. Ähm... Du bekommst einmal... Lava und... Ich wusste, dass du mir den gibst. Du bist zu hässlich. Ne. Doch. Ne. Ähm... Du bekommst schön einmal... Boah. Du bekommst schön einmal die Bavarnhütter einmal. Ja. Ah, die ist geil. Ne, die ist nicht geil. Die hat Erdbeben. Hä? Ich dachte, die wäre geil, aber da ist ja gar nichts los. Okay. Ähm, das ist doch ein normales Ebolem-Deck, außer da wohl. Naja, Schere. Eine Karte noch. Woher kommst du noch? Hm. Hm, 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 hm. Ja, klar, Digger, klar. Lass dir noch Zeit noch ein bisschen. Naja, egal. Lass es herpicken. Das ist auch alle Garten sind gut. Naja, klar. Noch mal Zeit lassen. Digga, mein Twitter ist wirklich voll mit Scheiße, ne? Was? Äh, mein Twitter. Ja, Twitter ist generell voll. Nur, Digga, ich ziehe gerade ein Video. Da hast du einen in der Eisdiele und der Typ. Ich sag, also, ich hätte dich jetzt einfach, dann kannst du dir angucken, bevor ich da besprechebe, was er macht. Dominik hätte ich auch mal. Der kriegt auch net. Ich habe große Angst vor diesem Tipp. Was? Bro, lass es. Dominik, guck mal. Hast du gesehen, wie ich es bin? Was? Guck mal, bitte. Ich bin gerade in-game. Ich bin gefangen. So. Im falschen Körper. Das kannst du doch nicht machen. Du hast gesagt, Eisdiele, Digga. Das ist eine Eisdiele, glaube ich. Marina ist bei der AFK. Er ist einfach nicht da. Ja, es war auch eben Match-Fixing hier, was hier passiert ist. Ah, klar. Wer darf nun von euch rein? Welcher Bengel. Dominik, oder? Sollte eigentlich, ja. Ich habe zwei Siege. Wie viel Dominik? Dominik, wie Siege hast du? 1-0. Dann hast du es rein. Ah. Dominik, guck das Video aber noch. Nein. Ich habe es gesehen. Reicht jetzt? Oh, Hannes Schöpfer bei dir. Okay, wir sind dabei. Pickst du zuerst? Mir ist egal, wer pickt. Lukas, CR. Okay, du nimmst den Lava-Hund und den E-Juant. Nein, nein. Nein. Fundamentaler Fehler, Lukas, CR. Du darfst, Dominik, keinen Lava-Hund geben. Wann akzeptierst du es? Ich verstehe es nicht. Ich bin wirklich sprachlos. Du gibst Dominik den Lava-Hund. Ja, und der Lava-Hund kocht auch nur mit Wasser. Nein, Dominik Starbauer kocht mit irgendeiner anderen Substanz. Ich weiß ja, womit der kocht. Mit blauem Blut. Mit Paniermehl. Okay. Okay, ich wusste es. Immer kommt eine Psytose mit ihm, Mann. Immer kommt irgendeine Psytose mit Lukas. Ey, es kann nicht sein. Eine Karte darfst du noch wählen. Eine Karte darfst du noch wählen. Eine Karte noch. Und jetzt geht es los. So, du darfst einmal picken den X-Bogen. X-Bogen. X-Bogen, 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 X-Bogen. Was denn? Bist du ein Zahlschwein? Nee, tatsächlich nicht. Du, bist du etwa eins? Nee, nee. Ich würde nur wissen. Schade. Noah, wie würdest du den X-Bogen mit Dauer weiterfinden? Was? Ich habe Noah mal gefragt. Karte? Äh, Ice-Golem. Wäre wild. Nein, nein. Noah, du bist der Goat. X-Bogen, X-Bogen. Oh nein, oh nein. Du nervst so sehr. Es ist zum Schreien. Okay, du brauchst noch jetzt unbedingt einen Fisch. Frostzauber. Ihr seid, ihr seid lost. Groß Burger-Pommes-Lewi. Vielen Dank für den Zapf. Äh, Lukas, wie findest du den Burger-Pommes-Song? Digga, ich habe den noch einmal bei dir im... Nee, beim Orden habe ich den gehört. Burger-Pommes auf die Eins. Pack die Pommes in den Burger rein. Also ich muss sagen, ähm, ich finde es genial. Ja. Also, das wäre der größte Scheiß, aber die machen damit unfassbar viel Geld. Das stimmt. Darum, äh, alles richtig gemacht, würde ich sagen. Alles richtig gemacht. Und ich meine, denen ist ja auch klar, dass das jetzt kein, äh, Nummer 1 Hit wird. Ja, ich weiß nicht, ob denen das so klar ist. Also ich nehme, also... Ich nehme an. Junge, der hat 3-Kommen irgendwas mit mir und Aufrufe. Kannst du Lukas fragen, was er vom Kuscheln mit anderen während einer Beziehung denkt? Äh, äh... Digga, wenn ich jetzt anfange wieder mit Geschichten aus der Berufsschule, dann sind wir hier gleich wieder bei ganz falschen Themen. Okay, ich möchte die Geschichte aus der Berufsschule aber hören. Junge, ich hab die... Junge, ich hab Leute in der Berufsschule, das ist wirklich ein Skandal. Der war so ein... Der war so ein Typ und der hat... Also aus meiner Klasse. Und der hat so gedroppt, dass seine Ex-Freundin, die hatten eine Fernbeziehung. Und... Also seine Ex-Freundin hat ihm erlaubt, mit anderen Frauen zu kuscheln. Äh, mit anderen Frauen zu bangen. Also er durfte eine andere wegnageln, aber wenn er mit ihr gekuschelt hat, war es dran gehen. Hä? Also... Also er durfte, er durfte sie, sie... Äh... Ja, ich weiß schon. Aber... Retten. Aber er durfte nicht mit den anderen kuscheln. Was ist das für ein Call? Ja, Bro, den hab ich mir nicht ausgedacht, ich weiß es nicht. Das ist aber eine von vielen Geschichten aus der Berufsschule. Das ist doch eher so ein paar Ladegeile, als aus der Berufsschule. Das kann doch keiner ernst sein. Doch, der meintest du 100% ernst. Ich hörte doch immer solche Sachen. Hab ich dir schon mal vom Aqualand-Parkplatz erzählt? Nein, was ist das? Ich hab ich dir schon mal erzählt. Das kann ich nicht im Skandal erzählen. Ich erzähl dir das schon mal. Okay, okay, okay. Digga, was ich hier schon wieder hören. Ich glaube, Berufsschule ist auch wirklich so ein Ort, an dem sterben Gehirnzellen ab. Ich erzähl dir das nicht mehr aus der Berufsschule. Jetzt reicht's. Ich glaube wirklich so, bei Berufsschule sterben einfach Gehirnzellen ab. Nein, das ist so lustig. Und meine Klasse ist halt auch irgendwie... Wir sind die schlechtere Klasse von allen Klassen. Okay. Aber das liegt jetzt nicht unbedingt an mir. Das liegt irgendwie an der allgemeinen Lebenseinstellung bei manchen Leuten in dieser Klasse. Ich bin auch auf der Berufsschule. Ich hab nicht solche Storys. Nun. Ich kann das alles nicht. Und ich habe es dir gesagt. Gib dem nicht den Lavaköter. Ich muss rein. Nee, du musst rein. Digga, letztens hat auch einer seinen Sch*** im Unterricht ausgepackt. Lukas, geh bitte rein. Seine Nummer hat reingeschrieben. Stimmt. Geh bitte rein. Äh. Geh bitte rein ins Game und halt deinen... Ja, dich. Ja. Okay. Du pickst einmal den Lava-Hund. Dominik ist richtig entsetzt. Ja, ja. Dominik kann das alles nicht mehr. Ich kann es aber auch nicht mehr. Hallo? Ja. Wie geht es euch? Sehr gut. Und dir? Dominik? Super. Hey. 2-0. Taumen hoch. Hast du doch schon mal seinen L*** in der Berufsschule gezeigt? Bro, hör doch auf, sowas zu sagen die ganze Zeit. Bro, der meintest du mit allen, die gegenüber von mir sagst so, willst du mal meinen L*** sehen? Und dann meinte er so, warum nicht? Und dann hat er sich so zweimal umgeguckt und hat dann unter seinem Tisch einfach seine L*** aus der Jogginghose rausgezogen. Der meintest du wackelt. Royal Giant. Digga, ohne Witz. So, Dirk, ich hab's dir gesagt. Du warst heute im Stream. Ich hab dich vorgewandt. Kracht. Ich kann das. Digga, ich kann das. Ich hab ja noch nichts dafür. Digga, wie stolz du das erzählst. Ich find's sehr lustig. Guck mal. Du findest es lustig, andere J*** sehen? Find ich auch. Digga, ich hab das selber gesehen. Ja, okay. Aber ist lustig. Ich find auch andere J*** sehen. Lukas, bitte. Moin. Bist du? Lass uns das Thema wechseln, bitte. Lass uns das Thema wechseln. Das ist krass so sehr bei dir. Ich bin jetzt gespannt. Dein Gegner pickt extrem gut. Dein Gegner pickt Real Talk gut. Bei mir an der Hochschule auch nicht. Da gab es auch keine krassen Randoms. Aber gut, das war auch Hochschule Öffentlicher Dienst. Da gibt's eigentlich auch. Also keine zumindest solchen Aktionen. Burger Pommes auf die 1. Pack die Pommes in den Burger rein. Okay. Erdbeben. Herzbeben, lass uns leben. Wir wollen, was wir leben. Herzbeben, lass uns leben, leben. Du, Dig, hast du schon mal Helene Fischer gehört? Digga, weg doch, hallo. Äh, 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 Eis, äh, äh, ja, ja, eh, Wiss. Ja, Digga, kann ich nicht beeinflussen. Ja, okay. Ja, mach, mach. Mach jetzt, äh, mach jetzt, äh. Mach jetzt Frost und mach einmal bitte, äh, 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 Ice-Kohle. Nee, hab ich nicht. Wieso? Helene Pfirscht, kennst du nicht? Auch, kenn ich, hab noch nie gehört. Atemlos durch die Nacht, bis ein neuer Tag erwacht. Das ist deutsches Kulturgut. Das kenn ich. Ja, wichtig. Okay, das ist sehr gut. Kennst du Alexander? Ich bin integriert. Naja, safe. Und du kennst du Andreas Burani? Wen? Andreas Burani? Nee. Ein Hoch auf uns. Nichts hält mich am Boden. Auf dieses Leben. Wie ein Astronaut. Andreas Burani war Star, als die Welt noch in Ordnung war, sag ich. Andreas Burani ist immer noch ein G. Einfach ein G. Wie Mark Forster auch. Ja, Mark Forster ist an einen G. Digga, wie hat Mark Forster eigentlich Lena Meier-Landruth... Ich dachte auch immer, die liegen richtig weit auseinander. Aber die sind ja ungefähr gleich, ne? Ja. Aber... Digga, wie hat... Die haben doch sogar ein Kind zusammen, oder? Ja, Mark Forster ist der Goat. Er hasst X-Pro oder Cop X-Pro eingetragen. Deswegen ist er der Goat. Wie hat Mark Forster das gemacht, bitte? Ja, er hat den richtigen CR-Geschmack. Er hat dir sein Deck gezeigt und dann hat er gesagt, ja, ich will dich. Ist doch ganz einfach, hä? Digga, Mark Forster... Also... Ich hatte Mark Forster... Ich hab Mark Forster sehr uncool irgendwie im Kopf. Ne, ich glaube, der Typ ist wirklich ein Macher. Also auch so... Ich glaube, der ist ein cooler Typ. Also jetzt unironisch, abgesehen davon, dass er X-Pro... Alle haben ihn uncool im Kopf, weil er angeblich solche Boomer-Musik macht. Aber das Problem ist, das ist so die heutige Generation, die einfach sagt, ah, ich bin zu cool für alles. Okay, Retalk, seine Musik ist schon echt uncool. Aber vielleicht ist ein cooler Typ. Was passiert bei dir eigentlich gerade? Digga, der Bandit, Lava und Push, heute hin zu uns. Er müsste eine Luftpost... Ach, Dicker! Wallah, Dicker, was soll das? Ich kann das alles nicht. Also ich sage, Mark Forster... Is... Balanced. Naja, also... Ja. Ja. Ich sage ja. Es ist so. Digga, ich will jetzt auch nicht diesen machen, weil Mark Forster hat bestimmt auch viele Fans, oh. Bro, Mark Forster hasst X-Bogen. Digga, wie kommst du denn darauf? Bro, weil er ne Insta... Weil er nen TikTok gemacht hat darüber. Dass du X-Bogen hast. Ja! Was laufst du? Nein, das ist die Wahrheit. Das ist das Skandal, was ich hier höre. Ja, es ist die Wahrheit. Wirklich? Ja! Warum soll ich dich denn veräppeln? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass Mark Forster das Clash Royale spielt, das wusste ich. Aber... Ist der jetzt so... Ja, und er hat natürlich Geschmack, ist ja klar. Meinst du, der kennt dich? Oh, er hat auf Insta geschrieben. Ja, klar kennt er mich. Wie, der hat dir auf Insta geschrieben? Was ist das denn? Hast du dir mal Konzertkarten geklärt? Was? Nein. Find ich nicht. Digga, anscheinend ist er dein G, wie du mit ihm redest. Er ist ein cooler Typ, sage ich. Er war aber auch schon vorher ein cooler Typ. Er war auch schon vorher ein cooler Typ, bevor er... Bevor ich Kontakt... Also, da ein paar Zeit... Er hat zwei Nachrichten ausgetauscht. Ist er jetzt ein Homie, oder was? Nein, natürlich nicht. Das meinte ich ja gerade. Alles gut. Aber trotzdem. Ich finde den Mark Forster overrated. Ist doch nicht hated. Ja doch. Alle... Vielleicht liegt er ja gerade dieses Spiel, Digga. Dann könnt ihr mir mal sagen, wie er Lena Meyer-Landruth gepoolt hat. Das ist wirklich ein Bescheffern. Ich glaube, was macht er hier denn eigentlich? Der hatte fast schon gewonnen und jetzt macht er sowas. Ist doch kacke. Ist doch alles scheißer. Ich geh rein. Ich geh rein, ja? Ich geh rein, ja? Hallo? Hallo? Hört ihr mich? Ja? Ich brauch ne Karte. Zwei Karten. Golem und X-Bogen. Geil. Hab doch zum ersten Mal gesagt, wieso wurde das nicht angezeigt? Du musst ihn auch teilen, mein Bester. Du musst ihn auch teilen. Digga, ich krieg 1500 Gold aus meinem Locky Drop, ja. Dann wird der auch angezeigt. Prost Mahlzeit. Das ist endlich weird. Aber ich finde den Gedanken dahinter berechtigt. Nein. Das sind auch einfach nur Menschen, hä? Äh, okay. Digga, 15 Gold? Ich hab Leute gesehen, die haben elitische Doker schon rausgezogen. Ja, klar. Das ist ja auch Luck-Based, wie der Name schon sagt. Boah, Sinterhof. Ähm, okay. Was haben wir hier? Digga, der Gegner ist doch sogar aus nem richtigen Tryhard-Clan. Ja, ich weiß. Du gehst jetzt wieder 2-2. Digga, wenn du mit Mark Forster ein Challenge spielst, dann hast du alles geschafft. Realtalk, dann hast du meinen vollen Respekt. Gut, dass ich den sonst nicht hab. Ja. Ja. Digga, kurz den elften, vielen Dank. Dominik? Dominik ist mute. Dominik, ihr braucht nicht, du musst Karten picken. Nein, ich bin rein. Ach so, stimmt. Magia. Okay. Ähm, ich nehme die 3 Musketiere. Geil. Mit Mark Forster einen eigenen Anti-Exposer aufnehmen. Und dann noch den E-Giant. Okay. Das ist ja geil. Das ist ja ein gutes Deck. Digga, du hast die größte Scheiße. Digga, der Gegner muss halt noch so... Was kann er denn nehmen? Jeder bräuchte ne SD-Wing-Condition. Was noch? Äh, den Giant. Den Riesen. Irgendwie finde ich, du hast ein bisschen zu viel von diesen... Das könnte auch ein bisschen too much werden für ihn. Ja, möglicherweise. Das könnte too much für diesen Gegner werden. Das stimme ich dir vollkommen ganz zu. Ben, kommst du deinen zweiten? Ich sage zum ersten Mal moin. Ich sage auch moin. Oh nein, oh nein, du nervst so sehr. Es ist so schön. Luhn. Echt? Ne. Ich hatte genau gegen Luhn ne weise Voraussicht, den Phoenix gepickt. Falls er Luhn picken würde. Hat er Luhn? Nein, Bro. Vielleicht? Hm. Sonik. Haha. Warte, was macht der jetzt? Ach, Digga, der hat nen Baum-Tor noch. Ich hab auch ein bisschen Angst, dass du einfach so irgendwie ihn so richtig random wegnudelst, weil du zu viel Beatdown hast. Aber eigentlich du hast... Meinst du, du hast Angst, dass Big Spin ihn beatdownet? Was hat der denn für den Wing-Content gepickt, die Idioten? Bro, du... Was hat er gesagt? Digga, ich check seine Taktik grad nicht. Hä? Big Spin, bist du bescheuert? Ja, ihr seid alle ein bisschen... Du musst ein bisschen mehr am chillen sein. Ich hatte keinen Play. Digga, meinst du den Grund im Ehren? Ich hatte keinen Play. Diese Rescheuert von Lukas kam aus dem Herzen. Ich hatte keinen Play, ich glaube. Was machst du jetzt? Bro, der Gegner ist auch ein bisschen der Wirt. Du hast nur gemixt, Big Spin. Echt, hab ich? Wusste ich gar nicht. Ich sag ehrlich, der Magier ist krass gegen dich. Eigentlich ist alles... Jede Karte von ihm ist krass gegen dich irgendwie. Ich krieg wirklich die größten Müll-Draft-Zündung. Ja, ich hätte zünden sollen, ich weiß. Aber wir planen wir irgendwie ein bisschen anders. Digga, mein Arm ist eingeschlafen. Ja, verdient. Was ist das? Das nennt man, ähm... Taktischer Spielzug. Oh, aber er hat keine... Er hat keine Wind-Kondition. Brauchst du doch nicht. Digsman kriegt eigentlich kein Damage. Echt? Außer er ist bescheuert. Bist du bescheuert? Ja, der Gegner. Ja, der Gegner. Achso. Okay, Magic. Digga, was ist das denn? Guck mal. Digga, hast du... Hast du ein bisschen dumm? Also Realtalk, seid ihr ein bisschen dämlich? Hä? Feuerball. Was? Er hat gemisst, er hat gemisst, der tolle Lug. Egal, egal, egal. Delivery, Bro, 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 Bro. Aber ich seh' ja nicht. Ich sehe den Punkt, den X-Bogen da zu setzen, jetzt gerade wieder. Ja, danke. Ne. Ne, der war... Also eigentlich andere Seite. Oh, das ist gut. Das ist gut, finde ich. Das ist echt gut. Fertig. Klar. der normale hat mich der scheiße dominik ja nichts da nichts ja aber der gegner hat nicht so die hat es war nicht ganz gemeint ja der braucht auch keine schimmer die er macht nicht zwei feuerball auf dem turm schüppel bigspin kommt nicht mehr durch und bigspin hat nichts ja der gegner ist ein bisschen degeneriert come on bro bombi kann sich kritisieren mir ist fast das haar wort rausgerutscht wichtig let me cook meine freunde geil robin kunst du deinen zweiten monat ehre du machst alles richtig okay wer darf von euch rein es ist das 2 zu 1 ja du ab mit dir ab mit dir in die partie junge ab ins glas dummzer ab ins glas dummzer digga es dauert ja wieder so lange merke ich gerade stanni boy stanni junge ich hatte noch pläne heute abend pläne was willst du denn machen pick einmal nein äh golem junge ich wollte noch morgen gucken hä das ist dein plan für heute abend morgen gucken ja und ich wollte eigentlich auch noch zu rewe morgen gucken und zu rewe okay rewe bis 22 uhr auf jetzt finde ich gerade siehst du ein bisschen aus wie kontra k heilgeist heilgeist ich ja ja das kann ich vermarkten das kannst du nicht vermarkten nein nein warte 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 re talk wenn ich dieses bild siehst du was ich meine so ich meinte warte mal ich glaube ich habe nein 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 warte die kontra k nein 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 das ist der der immer rappt über motivation nein ich nehme es zurück ich weiß doch wer kontra k ist die kontra k ich habe schon losgelassen ähm ice golem lukas lukas ist dran lukas ice golem weiter ich finde so siehst du gerade aus äh lave hund lave hund wieder siehst du was ich meine big fan nein überhaupt nicht Doch, doch Der hat seine Haare ganz anders als ich Ja, 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 aber der hat normalerweise seine Haare Ich habe gerade kein Bild gefunden, weil ich mich beeilen musste Natürlich Gibt es Karte? Du gibst ihm schon wieder Lava und du bist so dumm, du bist so dämlich Du bist die Dämlichkeit auf zwei Beinen Freeze Bro, du kannst ihm doch nicht freeze geben Gib ihm doch den Ego lang, du Schimmler Also Lukas, ne Das ist wirklich, was ich hier gerade Es bricht mich wirklich massivst, okay Es bricht mich absolut massivst Was du hier pickst Bricht es dein Herz? Was ist das für ein E-Dig, Dominik, was? Skandal, Skandal Dominik? Er hat vergessen, was er Power-Einschabe Ups Ne, aber ich finde, es sieht schon ein bisschen aus Wie Felix Lobrecht Junge, du Der ganze Stream ist, du siehst aus so Du siehst aus so Du siehst aus wie ein Wie ein Ehrenmann Ja, warum machst du, findest du nicht? Ich weiß, das ist nix Mann, Junge Wir sind erst bei zwei Siegen Oh, du kacke, Lukas Wow Ich sage wow Mein Gehirn ist jetzt schon durch Ach, Digga Weil du den Freeze bekommen hast für Lukas Ich kann das nicht mehr Hä? Are you lonely? Was passiert jetzt? Was macht jetzt Stunny Boy? Macht Kobo dann die Brücke? Ja Ja, Kobo dann die Brücke kommen Okay Und der macht jetzt Belly-Tinten Oder Beds Auch gut Ja, Belly-Tinten Nice try Passt Passt der richtige Call Jetzt kommt Belly-Tinten Oder an die Brücke Ja, stimmt Ja Alter, merken wir, was geht? Digga, warum schreit jemand, dass ich aussehe wie Gordon Ramsay? Das ist der Koch Digga Kennst du nicht Gordon Ramsay? Der Koch, ne? Ja Gordon war auch ein Pokémon Gordon ist der absolute G Ritor Gordon Ramsay ist Top 3 Leute Also Top 3 meiner Köche Also Koch-Ranking ist Gordon Ramsay Top 3 Jo, weißt du, was du in meinem Koch-Ranking bist? Du kochst so einen Müll Du hast ihm einfach wirklich den lawanischen Köter und den Füß gegeben, Mann Das ist so dumm Der Typ spielt jeden Tag Lava Und wenn du willst, dass dir wer verliert Dann gib dem Mann verdammt nochmal nicht den Lava-Köter Du nervst mich Digga, du hast keine Game-Knowledge Ich hasse das, wenn du das sagst Der hittet Nein Ihr habt beide keine Game-Sense Was ist das für ein Eisgeist und was ist das für ein Call? Heige, das meine ich Eisgeist, sagte er Und beschuldigte uns Der hat keiner Game-Sense Was ist das für Bats? Was soll er denn sonst machen? Okay Ey, fair nach Der geht nach Zock gerade Der geht nach Zock gerade in guten Cash Aber jetzt hat er verloren Digga, der kriegt sogar Es hin Weil er den Freestart Statt dass du ihm einfach Ego nimmst, ne Oder irgendeine irrelevante Karte Gibst du ihm Lava und Füß Ich bin überhaupt nicht Ich bin Ich bin in Trümmern Ich bin in Trümmern Bauen wir ihn hoch? Geh ins Game Bauen wir ihn hoch Geh einfach ins Game, bitte Bauen wir ihn hoch Ich habe Albträume Hä, bin ich dran? Bist du nicht dran? Jaaa Hast du schon gespielt? Ne, du hast nicht gespielt Och man Ich bin 2-1 Bin 2-1 Warte Ja, du musst anfallen Ne, ich hab doch vor 6 Minuten gespielt Ich hatte den X-Bogenknecht besiegt Weiter Achso, ich bin dran Bin dran, bin drin Okay Lukas Lukas, darf ich dir was als Freund sagen? Okay, sag Ich hoffe, du verlierst Als Freund, aber Wer warst du aus, Dominik? Ähm, du bekommst Pekka Ja Und Und Riese Pekka und Riese Der Riese Der Riese Die Riesen hab ich auch in der Hose Oh Mann Ich kann mich sowas Ich kann mich nicht vermarkten Ich kann mich nicht vermarkten, Junge Ich kann das nicht Du kannst das nicht Du bist der Du bist der Du hast die Wand geholt, Bixby Du musst es vermarkten Ich weiß Mann Der Miner Hast du es nicht Hast du es nicht Ja, da hast du durchaus einen Punkt, großer Und ich Heute im Stream hab ich gesagt Es wird krachen Wenn Lukas aber ist, es wird krachen Ja Da hast du nicht ganz mitreicht Es muss auch krachen Es muss auch krachen Kein guter Stream Wenn es nicht kracht Es muss auch Aber in Tozestem Sinne krachen Okay Ich bin das Gummert Pass Ich muss bei Bei mir krachten Oben und unten Okay Ich brauch nichts Bro, du kannst doch nicht Ah Random raus Droppen Du kannst es nicht machen Du kannst es nicht machen Ah, Karte, Karte, Karte So, du brauchst Den Königsriesen Oh, er hat meiner Er hat keine einzige Karte gegen Ballon Er hat keine Ich weiß, weiß, weiß Ne, aber Keine normale Karte Was macht der gegen Prinz Ich weiß, ich weiß nicht Das muss Lukas CR verlieren Der Gegner pickt aber Feuer Weil der Gegner denkt Dass Lukas noch irgendwas Gescheites pickt Aber wird er nicht Okay Du pickst den Eisgolem Hä, guter Konter gegen Prinz Ja Willst du das Game gewinnen Wenn ich fragen darf Digga, ich muss so hart pissen Mach mal schneller Bro, er lässt doch durchlaufen Junge Ich lass gleich auch unten Und durchlaufen Okay Ich kann gar nicht Digga Mein Handy Ich muss mich jetzt stummschalten Jetzt hat den Kobold Riesen Den Kobold Riesen So Bixman Ich glaube Der Bruder ist im Mute Ist er Mute? Ja Nein Digga Ich kann mich nicht während Im Spiel Muten, Leute Auch mal Multitasking werden Was denn? Auch mal Multitasking Ich hatte auch kein Problem Damit jetzt einfach pullern zu gehen Aber Nein, ich möchte es vermeiden Ich möchte es einfach vermeiden Okay Bitte nicht Digga, warum hast du mir überhaupt Kobold Riese gegeben? Ist da Konter gegen Loon Was laberst du? Kobold Riese ist Konter gegen Loon In welcher Welt lebst du eigentlich? Hast du schon mal Cash Raha gespielt? Oder ist das dein erstes Mal? Ja, bei mir Kontert er das Klar Klar, bei mir auch Normal Digga, okay Jungs Ich muss euch eine Frage stellen Welche Premium sagt ihr sind die Besten? Sour Cream Hot and Sour Cream ist ekelhaft, Bro Hä? Bro, Sour Cream ist der absolute Ladenhüter Also weg auf die Sour Cream Big Spin Big Spin ist geisteskrank Wir haben gleich schon geschnappt Bei Frau und Big Spin Aber Jetzt bin ich enttäuscht Wow Sour Cream ist ja wirklich Digga, ey Das ist das Beste Was? Sour Cream Mit Abstand das Beste Mit Abstand sogar Mit Abstand Das Beste ist Hot and Spicy Du bist Also Digga VTF Ist auch geil Ich tue das auf die Zwei oder Drei Nein Auf die Digga, bei mir ist das Ganze hinten Na, na Bro, das ist schon nice Aber Sour Cream ist so Zwei liegen Darüber so Top 1 Sour Cream Top Sour Cream ist genauso wie Moly Tens Air Ich sage Top 1 Standard Rote Mit Salz Nein Die sind langweilig Die sind Top 2 Und der Ding ist auf 1 Hier Das andere Was ich gesagt habe Digga, Sour Cream Und Onion Sind Abstand das Beste Nein 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 Digga, weißt du was der Ultra-GAU ist? Ich mag nicht meine Zwiebeln eigentlich Das ist wirklich komplett dumm Aber Sau Bring jetzt Ketchup Boah, ne Bring jetzt Ketchup Da geht das AFK Da geht das einfach AFK Digga, das kann nicht sein Warum ist denn ein AFK, Junge? Du hattest so ein Mülldeck Digga, ich habe mir noch die ganze Zeit gewarnt Wenn ich das ersetzt Nicht Ja, geht nochmal zu kurz Ein 32 Vielen Dank Ich habe jetzt übelst Gott auf Pringels, Mann Bei mir ist Top 1 Sour Cream Das ist Omo Light Dann Moogie ist Diese Barbecue Barbecue Texas Barbecue auch böse Ist sehr gut Und dann kommt Big Spence Diese Spicy Ich gehe sogar Ich gehe mit Dominik sogar mit hier Ich gehe mit außer bei Spicy Aber bei den ersten zwei gehe ich mit Ich gehe rein Aber Sour Cream ist einfach Omo Light Digga, das ist krass Okay, Abfahrt Obwohl ich keine Chips esse Weil das so ungesund ist Und ich vermeide das Aber wenn meine Schwester mal so einkauft Dann Nehme ich mir gerne Und dann nochmal Chips mitgebracht werden Und dann isst du mit dir An einem Abend auf So wie die Orangensaft Digga, aber so eine Pringelspackung Die ist auch schnell weg Ich brauche Karten Du bekommst einmal Den Lava Hund Geil Und Und einmal Den Königsriesen Digga, ich habe gerade überlegt Ich dachte nur Ich habe gerade ein Königsgeist Digga Ich habe gerade ein Brandwerk gehabt Ich habe gerade auf die Karten gestarrt Und mir gedacht Was ist das? Bro Königsriesen Königsriesen Wichsel Königsriesen Riesel Ich brauche eine geile Bodendeff Digga Dominik Trinkst du zwei Liter Orangensaft? Bro Ich kann O-Saft trinken Sowieso Unendlich viel Digga Aber Das ist doch auch nicht gesund Das war Deo wird egal Wieso lachst du so dreckiger? Weil ich dir an die Story denke Nächstes Bündnis mal Ballon Geil, Ehre Dreckiger Einfach Der Der geilt sich auf anderen Verlusten Auf Shepard Nein, nein, nein Ich verpest dich schon bei meiner Mutter Na krass Ah, ja, okay Da krass man hier Dann sind wir erst mal vorbei Ich habe einen guten Eindruck hinterlassen Den will ich nicht Den will ich nicht versauen Nimm mal Nimm mal Nimm mal Nimm mal Lukas Lukas Was sagst du dazu Dass Big Spin Auf dem Geburtstag von meiner Mutter war? Was? Was ist das denn? Ja Und Ähm Ähm Sepp Wieso? Wie, wie, was ist das denn? Dicker Weit ich nicht Finde ich jetzt random Ja, war aber cool Hält man nicht Mh, okay Big Spin hat zum ersten Mal gut gegessen Das Brot war so lecker, ne Also alles war lecker Das Fleisch war lecker Das Brot war lecker Aber war halal? Das ist kein Idiot, ne Hm X-Bogen X-Bogen Oh nein, oh nein Du nervst so sehr Es ist zum Schreien Digga, ich geh jetzt erstmal auf jeden Fall meinen Ah Bro, hast du gefurzt? Nein, Bro, ich geh pinkeln Guten Durst Bro, einer hat gerade gefurzt von euch beiden, ne Nein, ich nicht Das war so, Lukas, hast du das nicht gehört? Nein Nein In dem Moment kann man mich erst boogen, oh nein, oh nein Oh nein, oh nein Hast du es radigiert? Das war der Gegner gegen die kobalianischen Bohrer Nicht so viel, ne? Ja, Pekka, super X-Bogen, jetzt ist er weg Was ist mit deinen Haaren? Hä? Wurde du Dauerwelle für jede mal X-Bogen, was sagst du zum Lukas? Kann ich mehr Ja, schwierig Ich Ich Bin Ja was Leicht entsetzt Also Die Aussage, dass man mit 35 Halb tot ist Hat mich umgebracht Das war Endlevel Seitdem bin ich einfach entsetzt Wann bist du entsetzt? Hattest du zugehört? Seitdem Lukas meinte, dass man mit 35 halb tot ist Mein Vater kommt gleich vom Arbeiten, ne Und dann sage ich so, Papa du bist fast tot Der ist über 50 Was steht ab, Leute? Tobi hier, back am Start, Leute Heute Leute mit dem Legendary King Chest Opening Und Mann, Lukas Wer war ich? Wer warst du? Weiß ich nicht, wer du warst Wer war ich? Der beste Clash-Spieler Deutschlands Jemals Tobi, Spirithalk, Leute Der hat dich irgendwie richtig outplayed grad Hat der? Der hat Höhltag ganz gut gespielt grad, ja Retalk, Leute Die Legendary King Chest Lässt dich nicht von alleine öffnen, Leute Lass dann nimm rein da Irgendwie carry der drill dich Ne, das war's Der Packer sein hinterm Ne, das war's Der Packer sein hinterm Dicker Er ist kracht doch Guter Feuerball Bitte spiel jetzt Oh, das ist gar nicht so schlecht Bogen oder Tesla? Junge, er ist so scheiße, Dicker Ne, es reicht nicht, es reicht nicht Minions, Minions Es reicht nicht Es reicht nicht Es reicht nicht, es reicht nicht Jetzt, jetzt, jetzt Die Baum ist so gut, die Baum ist so gut, Digga Er hat dich, er hat dich, er hat dich Klar Wie hat dich? Was denn? Flugi, Flugi, Flugi Das ist schon ja nur draußen Was ist mit dem Kopf, Junge? Oh, man, alter Bo, er liegt, er liegt Digga, ich hätte nicht Drill nehmen sollen, das war scheiße Wichtig! Let's go! Let me cook! Scheiße TomCR geht rein TomCR geht rein Abfahrt! Ein Deutscher? Aber egal Aus Sachsen Digga, Realtalk Leute aus Sachsen sind meistens unsympathisch Ostpro Ich finde Leute aus Sachsen nicht Okay, Dominik, hier mal Golem Mach da vielleicht noch ein Video zu Und dann nimmst du mal Die Rocket Die Rocket Die Rocket Okay, jetzt wird das jedenfalls spannend Ja, meistens sind Leute aus Sachsen unsympathisch Nein Äh, doch Okay Dann ist das so Wenn du was sagst, dann muss es so sein Akko plus eins Nein Falsch Nimm Nimm Digga, kennt ihr noch Paco Alcacer? Wie ist das? Falschballer Ja, ich hab ja Dortmund gespielt Einer Salon war der richtig gut, danach war der ja Ghost Einfach Ghosts Einfach Ghosts Können sie alle wie die Großen Kennst du es nicht? Doch, Nikas hat es gestern repostet Jaja So geil Oh, iPad aus Okay, ähm Schwer Digga, Barbarenhütte Du hast da dann wirklich gutes Deck Erst? Ich mags auch Minion Horde Nein, du Idiot Wieso hinst du das im Stream? Miner Digga, du nervst richtig, Big Spin Nimm doch bitte die Minion Horde Ja, jetzt müsst ihr Minion Horde Genau die will mit dem Game gewinnen Ja, ich hab auch die Befürchtung auf, ich glaube nein Ich glaube der Ich glaube der geht dann macht das Ja, jetzt müsst ihr die Minion Horde Ich tast den Gegner Ich tast den Gegner Minion zum Nerf, zum Lucky Drops Also, die Lucky Drops wurden nicht genervt, sondern Supercell hat leider uns einen falschen Oder sagen wir mal, uns wurde der falsche Falsche Version sozusagen zur Verfügung gestellt Weshalb wir dachten, dass die Belohnungen besser seien Die Lucky Drops sind aber, seitdem sie ins Game gekommen sind Und es war auch schon vorher so geplant Sollten sie so ins Game kommen Das ist doch keine Ausrede Wenn die genervt werden, würde ich es genauso sagen Nur das ist einfach die Wahrheit Die Kisten wurden genervt, ja Die Kisten wurden genervt, das stimmt Da hat Supercell nichts zugesagt Wirst du dafür bezahlt, dass du das sagst? Nein, hä, warum denn? Lucky Drops sind nach wie vor ein gutes Update Das Problem ist halt, dass es jetzt so aussieht, als ob Lucky Drops schlecht wären Obwohl Lucky Drops immer noch gut sind Nur weil sie jetzt halt ein bisschen schlechter sind Durch diesen, in Anführungszeichen, Nerf Dann gibt das die große Pflaume Der aber gar nicht stattgefunden hat Sieht es dir so aus, weil es einfach komplett dumm wieder kommuniziert wurde Äh Ich gebe zu, das war unglücklich Ja Die sind auch kacke, stimmt Keine Ahnung, ich weiß nicht woran das liegt, keine Ahnung Das ist einfach die Kommunikation von dem Ganzen ist einfach bodenlos Die machen gute Sachen Und dann gibt es bodenlose Kommunikation Aufwachen! Dieser E-Mode, hör auf! Bitte hör auf! Ich muss mich an den... zurückgeredert, Yoga. Ich bin der Ururg, Vater69, schreibt, dann sollen wir sie buffen, wenn sie die Kommunikation verkackt haben. Ich gebe mir vollkommen reich. Du hast auch noch geheult, wegen den Emotes, ne? Ich habe voll lachen geheult am Samstag. Ich habe voll lachen geheult. Ich konnte es alles nicht mehr. Es war völlig geisterkrank. Machen wir jetzt aufwachen, loslassen. Ich will ihn nicht loslassen. Moin. Komm jetzt, lass es, Mann, du nervst. Wieder genervt. Ich gehe rein. Oder? Nein, du bist dran. Warst du uns eigentlich mal pinkeln? Ja, und ich habe mir Pringel geholt. Was ist das? Vielen Dank für Achtung, das Wort Ehre. Obst der Woche. Okay, Obst der Woche. Du darfst gegen den normal picken. Du darfst gegen den normal picken, alles gut. Der war doch auch ein Deutscher bei mir gerade eben, hä? Ja, aber das war ein random, Obst der Woche ist bewiesenermaßen gut. Bewiesenermaßen? Hast du es belegt? Ja, ich habe es belegt. Wie mein Brötchen morgens mit Salami. Wer ist das denn? Nein, gegen den haben wir schon mal gespielt irgendwann und der hat da schon mal reingekracht. Ach, Junge, aber... Ob wir Snipes, machen wir die Regel, dass man immer spielen darf, normal. Aber da natürlich auch alles zählt, na klar. Dicker, der f*** doch ab. Was sagt man nicht? Ja, aber ist doch so. Man muss auch mal der Realität ins Auge blicken. Geht zum Masterplayer. Was ist ein 35er? Rang 35er und Brawl Stars. Wann stehe deine Brawl Stars, Kalea, Lukas, CR? Egal, ich habe noch nie Brawl Stars gespielt. Also ich habe ganz am Anfang, als das Spiel rauskam, zweimal Brawl Stars gespielt und danach nie wieder. Das ist krass, oder? Ja. Ich bin praktisch retired, bevor sie angefangen hat. Boah, ich finde das gerade irgendwie nervig. Junge, das Picken nervt mich gerade anders. Lukas, wieso pickst du meiner Poison, wenn du nur Goblin Jant, Grand Graveyard und Lava Klon gewohnt bist zu spielen, obwohl Lava Klon das Spiel braucht. Hä? Für ihn wird das funktionieren. Ich sage, du beschwerg dich. Kommt dort noch B.S. Einmal Titel, die sind groß. Dann weißt du, was heute auf dem Programm steht, ja? Was ist denn groß? Obwohl die wieder weht. Was ist denn groß? So eine Krawatte. Ja, wann starte deine TikTok-Karriere? Deine, ähm, Dings-Karriere? Lukas, CR? Was willst du von mir? Deine Brawl Stars-Karriere. Dicker, es gibt keine Brawl Stars-Karriere. Warum? Habe ich doch gerade erklärt. Brocken muss auch das Spiel auch nicht. Ich habe dir nicht zugehört. Mhm. Ne, nicht Lukas, B.S. Habe ich die Schnauze jetzt. Dann kannst du schreiben, Lukas, B.S. ist zurück in Brawl Stars. Junge, es gibt mir ja anders, das sind ja die größten Psychosen hier. Burger-Pommes auf die Eins. Ach Junge, doch das Schnitzel. Was? Ich auch nicht. Das quacht so sehr, nur ist unfassbar. Pack die Pommes in den Burger rein. Packst du auch auf und zu promisende Burger rein, Lukas? Das ist sehr gesündigt. nervt mich mich nicht. Irgendwelche Leute snipen hier und du musst noch abfacken. Ja, aber du hast doch ein ganz normales Deck wählen können. Junge, er nervt trotzdem. Hä? Ach so, er ist ein mies Tobi los. Das stimmt. Lukas, wenn du jetzt gegen ihn verlierst, obwohl du normal picken darfst, dann hebe sie. Ich hebe sie jetzt schon. Ich gucke, dass du Korbohr sind sehr balanced. Ich finde ich auch. Junge, ich habe jetzt schon verloren, Digga, es fackt ja so ab. Horng, ich bin jetzt schon GG. Ich hebe sie ein bisschen, ja. Das ist jetzt nicht GG, aber Junge. Ist das passiert, Tom Guard? Als ob. Crocs. Wir sind auf gutem Weg, sage ich. Wir sind anwesend. Ich kann das alles nicht. Was ist denn in der Wind Condition? Du hast Poison, meiner Poison mit Doppeltank. Mann. Spielt man so, Bro. Obwohl, Mönch ist gut. Mönch ist gut. Mönch reflektiert drei Karten, vier Karten. War Lukas mal Top 100? Digga, ich war doch letztens sogar fast nochmal Top 100 im Letter. Gestern, vorgestern. Was sagst du eigentlich zum CLL-Change? Dass es mit Top 32 keinen Preisgeld mehr gibt. Der hat einfach, ich hab's natürlich gesehen, Eifern oder so. Gestiegen. Digga, ich würde auch eigentlich, ich würde gar nicht mehr spielen, aber ja. Aber du musst. Aber es gibt ja jetzt diverse Gründe, wofür es ganz nett ist. Ganz nett. Sagt er ganz nett, sagt er einfach. Was denn? Du hast ja schon mal geschafft, Lukas, hä? Ja, Bro. Aber du hast ja auch so abgeschafft. Da hat er recht. Trotzdem. Schon ziemlich würdig für Leute, wie mich. Das liegt ja gar nicht mal so unfassbar geil für dich aus, natürlich. Ja, Junge! Spiel auch nicht gut. In der Tat. Oh. Lock ist da, okay. Und? Hm. Das war gut. Bro, Was ist das für eine Ability? Ich weiß nicht, Bro. Krach so sehr bei dir. Bei mir krach. Du musst auf Triple warten. Und dann kannst du kochen. Okay. Wie war der Little Prince? Wer? Dein Tesla. Weiß nicht. Oh, krach. Oh, ja. Cool, 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 cool. Knurft, absolut. Oh mein Gott. Aus. Nein, er hat doch Beküro jetzt. Ist das krass. Ist das schlecht. Okay, ich sage, wir machen bis zwei in die Überlagen. Reicht jetzt. Hier rein. Ja, bin ich aufhören. Max treibt mir um 8.30. Ich nutze 30. Sports. Das war ein Zeichen. Mann, als ob ich den ganzen Tag ungefähr alles Zeit hätte. Das nervt. Okay. Eine Karte bitte. Ich brauche zwei Karten. Äh, dann ist einmal Egole und einmal Barbaranütte. Egole und Barbaranütte. Okay. Das könnte krachen. Warum schreiben Leute immer, dass ich der Panda bin? Wie der Panda? Was ist denn das da? Wo treibt es denn jemand? Voll oft. Diese Leute benutzen diesen Emote da für mich. Hä? Welchen Emote? Was lauest du? Bro, in welcher Psycho bist du gerade? Digga, Xavi Tendo hat irgendjemandem einen Emote geschickt. Hä? Lukas kämpft sich durch. Da ist kein Emote. Halluzinierst du? Guck an deinen Chat. Da ist kein Emote. Spaghetti Monster hat jetzt eins gesendet. Äh, ja, das auch. War kaum nicht. Darmstadt. Okay, eigentlich sind die gute Karten. Digga, ich sehe das Panda-Emote nicht. Alle schreiben jetzt irgendwas ran, aber ich sehe das Panda-Emote nicht. Das sind die, wofür man Gems bezahlen muss. Sektory. Genau die sind das. Nimm mal Barbaran. diesen Stream-Chat. Ach, das Emote! Barbaran? Ja. Das, das ist, irgendwer hat das eingestellt bei, ähm, BDTV. Und jetzt? 3M. Das hat irgendwer eingestellt, das Emote. Achso. Dass immer, wenn Lukas geschrieben wird, dieses Emote kommt. Das ist auch keine, keine Panda als ein Pinguin. Alles dasselbe. Klar, normal. Ofen. Hat der Kanonier? Hat der jemand Kanonier? Nein. Bist du dir sicher, dass er keinen Kanonier hat? Das ist doch ein Dank als Crazy. Digga, du siehst das sogar auch. Du siehst leicht seine Turm-HP oben vom Clean Tower. Ne, ich seh's nicht bei mir in der Ansicht, Bro. Meine Ansicht ist anders als deine. Bro, meine ist anders als deine. Ich hab's nicht gesehen. Ja, ich seh doch im Stream deine Ansicht. Man sieht das minimal. Nein. Ich hab meinen Fischer einfach gemisst. Ich hab einfach meinen Fischer gemisst. Okay, was haben wir jetzt hier? Machen wir Barbar rein. Der Gegner will's wissen. Pinguin. Digga, du warst richtig falsch mit Pinguin. Hä? Achso, das ist eine Ente. Stimmt. Leute, das ist ja eine Ente. Digga, Real Talk, ich finde sogar Panda ist näher dran an Ente als Pinguin. Hä, bist du dumm? Pinguin sind auch Vögel. Panna ist doch auch. Na klar, stimmt. Normal. Mal. Was ist denn so gegen Barrel, Digga? Nichts. Das ist aber mies. Echt? Irgendwie wäre das ein guter Pick, das Barrel. Echt? Das ist aber mies. Panda hat meinen Lieblingsvogel, der hat meinen auch. Lukas, also hier ist es und so. Das macht das Leben. Ich? Nee, nicht so. Gibt es da auch mal eine Antwort drauf, oder was? Hä, du warst gemeint. Du warst gemeint, du Idiot. Kein nützlich. Hä, Digga, das ist ein Speichwort, du Lukas. Aber wie man nicht spickst. Mann, Mann, ich guckst. Wie ich nicht spickst bin. Ha. Ha, 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 Hab ja viel gegen Barrel. Bro, mein Leben ist immer gut. Man muss dankbar sein für das, was man hat. Ich hab ein Dach über dem Kopf und Essen. Und ne Macke hast du auch noch. Bin gefangen. Sonst alles. Alles super. Was wollt mich? Ich bin grad wieder beim Fußball-Grind. Ich muss sagen, aber Fußball-Grind steht ein bisschen dem Gym-Grind im Weg. Man muss sich da entscheiden. Eigentlich nicht. Wie bitte? Eigentlich nicht. Eigentlich kann man das kombinieren. Überall finde ich schwer. Im Moment so dreimal die Woche Training mit dem Fußball, Digga, dann hast du am Wochenende das Spiel. Dann wird es schon eng. Big Span. Big Span. Digga, Big Span, denk an Burger Pommes. Denk an deine Mutter. Nein! Nein! Ja! Ja, Baby! Oh Gott, Mann! Ja, Mann, ein bisschen ja! In Kassel! Kann das nicht. Nun! Dann darfst du dich einmal reinbegeben. Lukas, du Sohn! Ist Dominik nicht dran? Einer von euch beiden Vollidioten ist dran. Was hab ich jetzt gemacht, ey? Du hast nichts gemacht, du bist kein Vollidiot, das war ein Fehler von mir. Danke dir. Digga, ich sag ehrlich, das ist sogar schon deine dritte Niederlage eigentlich heute, ne? Falsch. Boah, der tritt so drauf, ne? Wow. Okay, Mann, was bin ich? Rrrrr, Riesen, 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 Riesen. Rrrrr Riese, 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 Riese. Riese. Wurde Lukas schon mal auf ADHS getestet? Du hast nichts gesagt, warum sagst du nicht, dass wir picken müssen, du musst uns helfen. Du musst regen, fisch gehabt jetzt. Das einzige, auf das ich schon mal getestet wurde, ist ein überproportional großer zu haben, das glaub ich dir nicht. Ich hab auch gelogen. Echt? 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 Digga, was ist das denn jetzt? Soundboard. Echt? 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 Ich gebe dir das auch gratis zu sagen. Ich sage du nicht schuld? Ich sage das ist deine schuld. Ok ok, noch eine Karte? Moin? Der Betarem. Der Betarem. Betaeremm. Pick mal Ja, Digga, du hast erst schon gewonnen Egal, was ich jetzt picke E-Golem Danke Ich kann das nicht Du kannst noch keinen elixianischen Golem picken So funktioniert die Meta nicht Pack Pack das Würstchen Äh Royaler Gigant Danke Du hast so ein gutes Deck Du hattest bisher wirklich So ein unfassbar gutes Deck Und Ähm Digga, es gibt nichts Schlechtes, was man jetzt dir geben könnte Ja, dann Henne Ramrider Check ich nochmal, warum ich nicht nach Jetzt wird der Erstmal und jetzt Viel Glück Jetzt wird er einfach getrommelt Er wird getrommelt Gute, gute Dings Gute Kanone Warte Ich hab Emote gemissklickt Das wollte ich Du hast Emote gemissklickt Klar, aber First Clown hat Emote Ich kann nicht Völliges rumgetrommeln, ja Ich finde, dieser Trommel-Emote Sieht irgendwie ein bisschen aus Wie so ein Steinzeit-Mensch Das ist ja auch seine Dings, Bro Seine Heritage Nein Der soll einfach einen Ureinwohner Darstellen Ja, okay, gut Okay Zwischen Ureinwohnern und Stadtrimmensch Spielt ihr noch einen Unterschied, ja? In Deutschland Gibt es da ganz große Unterschiede In Deutschland Darfst du dich ja auch nicht als Indianer verkleiden Darfst du das Wort gar nicht sagen, also Sag es nicht Indianer, Indianer, Indianer Oh, hör auf jetzt, hallo, ernst Du musst indigener Bewohner sagen Digga, ich meine es ernst, Bro Digga, du hast einen Twitch-Kanal, ich distanziere mich Äh, ja, bitte nicht Salatmann, zwei, drei Sperren Hab das noch auf meinem Desktop gespeichert Wasch, Kuss für deinen Dings Du hast das noch auf deinem Desktop gespeichert Ah, das ist gut Ja, geil Viel, 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 spät den Kuss Dankeschön Das ist wie N-Wort, Bro Was ist das denn für ein Vergleich? Wieso darf man das nicht sagen? Weil das eine Beleidigung negativ konnotiert ist Gegenüber diesen Menschen Sagt man zumindest Ist so Sagt Deutschland Ob das jetzt wirklich so ist, wissen wir jetzt eigentlich nicht Aber hier sagt man das so Naja Hier sagt man viel, wenn der Tag lang ist Und Politiker viel Zeit haben Das sind ja kein Politiker gewesen Das sind sehr wohl Politiker gewesen Ich weiß es nicht, keine Ahnung, ist mir auch egal Es ist auf jeden Fall so Und deswegen ist es einfach Respekt vor sich daran zu halten Ja Meinst du, da haben sich die indigenen Einwohner schon mal drüber beschwert Dass man in Deutschland Indianer sagt? Ist halt rassistisch Ich kann mit dir also nicht reden, Mann Hm Ich sage, Daumen Komm mir mal ein bisschen vor uns Geh rein, Junge Ja Bin drin Okay Lass mich stresspicken, lass nach nach Ja, okay, okay Ich lass zuerst Mach zuerst Guck du zuerst Nimm mal Laberköter und nimm mal den Riesen 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 Pack das Würstchen in das Würstchen rein Ich bin der Würstchen Mann Ich bin der Würstchen Mann La 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 Ich kenn das nicht Der Würstchen Mann, der Würstchen Mann Man nennt mich auch den Würstchen Mann Hallo zum 132, was geht Wollen wir gleich Äh Einfach drei Karten, drei Karten machen Wenn es so weiter geht hier Wir machen gleich Letztes Tor entscheidet Tor Golden Bowl Gegenüber zu Leiste bei den Bundesstimmerspielen Vielen Dank Das war sehr, sehr geil Hallo Bist du online, du Gastär? Ihr müsst picken für mich Pack die Speargops in den Magier rein Ähm Ja, ich sage, du wählst jetzt hier einmal Den Royalen Riesen Stimmt, Apropos Tor Was ist eigentlich aus dem eingewechselten Ninja geworden? Der eingewechselte Ninja macht das 1 zu 0 Jetzt noch Eiskulle Jetzt noch eine Karte Digga, mein Gegner macht Arena 1 Dein Gegner Ja, dann haben wir uns Sparky Ähm Into Monk und E-Drag Stimmt, schlau Äh, Schweinereiter Ich hoffe einfach, dass er nicht AFK ist Wenn der Typ jetzt nicht AFK ist Und einfach mit seiner Anwesenheit glänzt Dann ist die Welt wirklich in Ordnung Digga, ich habe komplett einen Hard-Contra Bist du lost? Friede Lalalalalalalalalala Der eingewechselte Ninja macht das 1 zu 0 Wie kann ich gerade nichts machen? Das stinkt mir Das schmeckt mir Ja Digga, könnte es leckerer sein? Real Talk Was ist das leckerste Essen, was du je gegessen hast, Big Spin? Das leckerste Essen, was ich je gegessen habe? X-Burgen X-Burgen Oh nein, oh nein Du nervst so sehr Es ist zu schreien Kurz für deinen achten Vielen, vielen Dank Ehre, Buschberger Freut mich Das leckerste, was ich je gegessen habe Ich kann es dir sogar sagen Ich glaube einmal Ich glaube, honestly Es ist auch ein bisschen zu Erfahrungen verbunden Weißt du, wenn du jetzt irgendwo bist Bro Ich habe starke Schmerzen Okay Also ich glaube, es ist tatsächlich Hat Biggi dann eine Nein, es ist ein Edding, Bro BTF Ich rauche nicht Was ist das denn? Ja, tatsächlich ist das so mit Erfahrungen verbunden Meiner Meinung nach Also, dass du so Erfahrungen gesammelt hast Und dann dich daran besonders erinnerst Deswegen sage ich 2018 Da habe ich eine unendlich leckere Pizza in Italien gegessen In Treviso Da waren wir damals noch bei Team Clash Wenn du das kennst Kennst du das safe Da waren wir zu dritt Und wurden von denen so mäßig eingeladen Zu einem Bootcamp Weil ich war da so semi-spielermäßig drin Ohne Vertrag Aber trotzdem eingeladen worden Ähm Ja Und da gab es so eine unendlich leckere Pizza Ich habe es nicht glauben können Mich verkackt? Nein Was sollst du denn verkacken, du Idiot? Und die war so geil Die war unfassbar geil, ja Die war unfassbar geil Aber Benjamin Seit gestern erst Und Dann noch einmal Boah, ich glaube sogar Letztes Jahr in Helsinki Hier waren wir auch mal so richtig gut essen Das war auch so lecker Dominik, bei dir? Gab es so Steak Daddy Dodo Einmal zu Dienst melden Wo ist Dodo? Dominik kann das alles nicht mehr Hallo? Ja Moin Ja Ja in der Tat Diese 10 Gramm 10 Gramm Steak War das geilste Was ich hier gegessen habe 10 Gramm Steak Was hast du? Hä? Ja das aus Helsinki Im letzten Jahr Ja 10 Gramm Steak Ja das war dieser kleine Steak Nein ich meine vorletztes Jahr Vorletztes Jahr Aber ja stimmt Das war auch lecker Stimmt hast recht Das war auch geil Stimmt Aber 10 Aber 10 Gramm gefüllt Du darfst rein Das war wirklich wenig Ja aber dafür gab es irgendwie 5 Gänge oder so Ja Und auch in Mailand Lasagne Boah Ja die können schon was Die können schon was Die Italiener Die können schon was Okay Rein mit dir Wenn du unbedingt hast Wurkenwasser Rein mit dir Achso du bist schon drin Ich hab nicht geguckt Ähm Crocs du bist ein Goat Äh Golem 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 Und jetzt noch Den Riesen Oh ich seh noch Dicke Rakete Wieso bin ich scheiße Was darfst du mich voll Ich geh mit dem 3M Bro Warum soll ich in 3M gehen Wenn ich nicht weiß Ob der Kette Feuerwehr pickt Du machst schon wieder Komplette L-Talks Hm Okay Oh Gott Dein Nächster Dein Stabiler ist bisher Lukas du musst es noch richtig Hart versauen Du musst jetzt was richtig Gutes machen Okay Mhm Würdest du lieber mit Dodo Carsten Oder ihn lieber spielen Sehen in der CL Ich würde ihn lieber spielen Sehen Ich sage beides Ja beides 3M Ich bin 10 geil 3M wo sind die Da Habt ihr schon mal Hawaii Pizza gegessen Äh tatsächlich ist Hawaii Pizza Ungefähr das ekelhafte was man machen kann Was einfach daran liegt Dass Ananas nicht auf die Pizza gehört Äh Minion Horde Oh du kannst mir nicht Minion Horde geben Mich outplayt die mit der Horde Die haben vielleicht Pfeile Mein bester ne Aber die können die nicht Usen Was schenkst du Das kracht bei dir Du bist dumm Und nimm mal Graveyard Nimm doch Rakete Du Trottel Ist das krank Ist das krank Digga Dominik hat verloren Wann sie? Also ich würde eigentlich auch sagen Es ist Last Man Standing Bro du spielt Feuerball Und Pfeile auf dem Mittelpin Du in 3M hast Und deswegen gibt man Dominik An der Stelle auch nicht die 3M Hast du dir die dem nicht gegeben? Bro Willst du mich veräppeln? Du hast mir doch gesagt Ich soll ihm die 3M geben Wenn er spielt Wir nimmst du damit für Co-Casting Wenn Dominik spielt Dann versuchen wir das so hinzubiegen Dass Dominik auch gleichzeitig Mein Co-Caster ist Sag ich Ach Die meinten Die meinten Das wäre lustig Also die Manager Aber ich glaube Die meinten Das ist Das muss man So vertraglich Irgendwie In der Regel Die Manager Welche Manager denn? Ich habe das angesprochen Die Community Manager Achso Du André Die anderen Die anderen Also die Englischen Ja Die meinten Schwer Aber kann man kochen Die meinten Das ist wieder so So dumm Dass es lustig sein wäre So dass einer Spielt und castet Ja Aber da dieses Jahr Die Regeln anders behindert sind Werden wir uns Werden wir das nicht sehen Hallo Weißt du Du lass doch Wir kochen Ich sage ehrlich Ich sage wir sind glücklich Wenn ein Deutscher Sich qualifiziert Ich sage jetzt Zwei Deutsche schaffen das Ich sage nicht Es ist sehr schwer Das zu sagen Es ist sehr schwer Das zu sagen Ein Deutscher wird es Wir müssen es schaffen Das ist immer so Ein Deutscher wird es schaffen Sage ich Ich sage schwer Muss Muss Sonst hebe ich alles Ja ich sage irgendwie Morten wird so Zweiter oder so Und dann hat Mola Schon ein Golden Ticket Gewonnen Nun Digga der Gegner Die gemacht werden Wie Oh dann werft Lass es Lass los Trink eine Polo Vita Ist gekühlt Ich sage Ich sage kurz mein Game neu Wenn du Wenn du los musst Zum Trimax Ich sage Ich gegen Lukas Für die Entscheidung Nein ich muss nicht los Der Mann reagiert noch Ist okay Letztes Tor entscheidet jetzt Irgendwer von euch Muss ja jetzt mal verlieren Lukas CR Geht es um eine Niederlage nur noch? Ja Äh Schere Wie Schere Warum Schere Du Idiot Ich weiß nicht Einfach Einfach so Bin drin Wie eiskalt kam das Idiot Wie eiskalt war das Ja was soll ich sagen Ich sage dir Du Idiot Pizza H Wort ist rassistisch Nein Ist es nicht Also wenn Indianer Rassistisch ist Dann ist Pizza Hawaii bestimmt auch rassistisch Mach bitte einfach Den verdammten Laberhund Und halt dein Maul Ja halt dein Maul Lukas Burger auch Stimmt Pommes auch Holy shit Ja Und was noch Den Riesen 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 Oh ich sehe auf jeden Fall eine Rakete für dich und ich sehe noch ein Egoner für dich Und ich sehe noch was sexy für ihn Weißt du was ich sehe? Den Sahnenmann Sprudel 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 Ich kann das alles nicht Ich kann das alles nicht Wird der Salatmann zuschlagen? Ach was nehme ich denn Digga Irgendwie ist es nicht so geil Lugas würdest du sagen Du brauchst keine normale Karten? Ne Ich fokussiere mich voll und ganz auf den Salat Du hast jetzt noch eine Karte Du hast nur Skellys und Log Meinst du das ist W? Ich meine Ich Ähm Und sie heben Oh War das smart? War das smart? War das smart? Also der goldene Ritter ist alles andere Warte 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 Erstmal du pickst den Egolem einmal Ich raste aus wenn der keine Minion heute pickt Ich raste aus Ich raste aus wenn der keine Minion heute pickt Dann raste ich aus Digga der nimmt doch eh keine Minion heute Er ist der Gott Okay Ähm Und du nimmst jetzt einmal den Goblin Giant Okay Der geht da wie emptig Der geht da wie emptig Und du bekommst Und du bekommst Die Pfeile kommen nicht Oh mein Gott Du kannst dir doch keinen Vorwurf für die Pfeile machen Die Pfeile sind ein guter Pick von ihm gewesen Was will er machen? Also ich muss irgendwie wenigstens zustimmen Ich sage Ich sage wenn ich sehe Dass ein Gegner First pick launt Nein Dann Riesen macht Egal Okay pass auf Egal wie schlecht der Gegner pickt Dass ne Minion Dass ne Pfeile gegen den Minion heute gut sind Ist Basic Midlater Knowledge Okay Ja Das weiß jeder Vollidiot Okay Jungs bei mir kracht es grad bisschen Oh nein oh nein Du nervst so sehr Es ist zum Schrei Kuss zu den 37. Ehre Carbonara oder Bolognese Bolognese all the way Nein Werde von mir ist für den Kuss Vielen Dank Carbo bro Carbo Bro Er hat dir einfach Zappies gepickt Oder irgendjemand noch was geiles Bro Wie hat der grad den Turm verloren? Ich hab eh Giant gekitet Und dann Egonum gekitet Wie konnte das passieren? Mann Warte Der gewinnt das noch Der gewinnt das noch Der ist da Müll Aber der gewinnt das noch Nee tut er nicht Trust Bro mein Deck Bro Aber Nee Freunde ich hoffe ihr versteht nicht Wenn ich sehe dass mein Gegner Lava Hund Und dann Riese pickt Es muss ein Troll sein Oder es muss eine Challenge sein Es können nicht andere sein Und da war noch Mutters Da war noch Feuerball Da waren noch andere gute Karten Gegen Minion heute Mann Alter Ich sage Der Gegner Ist ein absoluter Loser Loser auf Scheren Niveau Ich habe Statistiken Ich habe Statistiken Irgendwas an die Brücke Irgendwas an die Brücke Mann Der hingetriegt nix Minion Horde Minion Horde Bitte Mann Es ist zum Schreien Das bietet es aus Deutschland ist Weltmeister Erne Kuss Und Pock auf den Gummachten Wie nennt man da irgendwie schliegen Elefant Die Suppe ist gelöffelt Ich kann das alles nicht Mann Ich kann das alles nicht Okay geh rein bitte Geh rein Ins nächste Game Gehen sie rein Ja ich mache den Leute in Zukunft ein bisschen leiser Aber nur ein bisschen Ich sage der Leute hat Qualität Er ist vielleicht ein bisschen laut gerade noch Aber er hat Qualität Und ich sage ich picke alleine Weil das ist auch ein obvious deutscher Und obvious ein Snipe Wie gerade eben bei Lukas Das heißt wir sind liegen Ja Okay Du darfst normal picken Ich muss das erste Mal neu starten Mit so Bienen Du wolltest gerade die Teufelslache machen Aber es hat irgendwie nicht geklappt Ne wollte ich nicht Okay Mach den Elefant bitte übersteuert Nein kann ich nicht Wenn ich den übersteuerbaren Shepard Aber ich finde den Elefant gut Hä Appreciate doch mal den X-Bogen Song Was ist denn mit euch Wie undankbar kann man sein hä Die Leute appreciaten einfach nicht den X-Bogen Song Das ist ja katastrophal X-Bogen X-Bogen Oh nein oh nein Du nervst so sehr Es ist zum Schreien Bigspin Wie viele Subs damit du Lukas mutest Ich müsste für 10 machen Ist Lukas überhaupt noch anwesend? Ähm Was? Du noch anwesend bist Wie viel was? Wie viele Subs? Damit ich dich mute 50 25 für mich 25 für dich Hahaha Hahaha Alalalalalalong Alalalalalalong Alalalalala Longlong Longlong Okay Bro Lukas Wir haben ein Problem Hm? Dominik wurde dieses Gängowin Der wurde gesniped Der ÖÖ Der ÖÖ Der ÖÖ alert Der ÖÖ alert Ja TVD Ich sage Yusuf mag Döner Mag vielleicht Döner Aber er mag nicht das Was er gerade scheppert Digga Diese Leute die snipen Die haben es doch nicht anders verdient Ja Er ist dick auf die Fresse zu kriegen Äh In Clash Royale In Clash Royale Mhm Natürlich nur in Clash Royale Das komolianische Fass Ich dachte du pickst meine Poison Nö Das ist besser Dominik Kennst du den Döner Song? Ne Kennst du nicht? Ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf Ich bin ein Döner Denn Döner Macht schöner Das ist ja so deutsch Kennst du den nicht? Ne Was? Du kennst nicht den Döner Song? Irgendwas nahe Was du übrigens findest Das kennt jeder Ja eigentlich schon Deutschkulturerbe Tanalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Welcher Mensch Nennt sich Yusuf Mark Döner Und spielt dann Acht Games G10 Und wartet drei Stunden Rauf Um ein Spiel Gegen Dominik Oder mich zu spielen Ja das ist Yusuf Mark Da hinterfrage ich meine Existenz Doch Ja die hinterfrage ich auch Auf das Glückwunsch Lämer Geil Respektlos Wirklich Oh Uns fühlt sich aufgangen Jetzt geht es wieder Alles gut Wir sind da Trommel vor uns Trommel vor uns Mach den Trommler Mach den Trommler Wir brauchen ihn Ich habe jetzt wieder auf dem Kopf Ich bin ein Döner Das ist eine Wundkollung Das ist eine Wundkollung Das ist eine Wundkollung Das ist eine Wundkollung Macht schöner Das ist doch auch vor zwei Sekunden gespielt Nein, deine Kofferfass Ich glaube, Queen Töte, Töte, Töte Didi Der Gegner ist Der Allerbeste Der Gegner ist Eine absolute Fluppe Heute waren so zwei 16-Jährige gefühlt An der Kasse Vorm Rewe Und haben sich einfach Von der Kassiererin Beraten lassen Welche Elfbar-Sorte Die leckerste ist Das ist PSP-Comedy Und ich kann es mir wirklich Ich kann das alles nicht sehen Was würden Sie empfehlen? Doppel Apfel oder Ja, wirklich Was gibt es denn alles für Sorten? Und dann hat sie diese 50 Millionen Sorten aufgedingst Und dann sagen die Ja, das ist ja so viel Auswahl Die waren zu zweit Ich kann mich gar nicht entscheiden Da kann man sich gar nicht entscheiden Ich denke mir so, Alter Ja Mach das nicht Fang damit nicht an, Chat Oh, der nervt Wenn ihr raucht Das ist Nein, auf keinen Fall Du musst da was tun Hä? Gemüle ich mal Du hast eine volle Funktion Ich hab gar nichts Oh, das kannst du nicht ernst meinen Real Talk, das kannst du nicht ernst meinen Nein, da war es natürlich nicht ernst Aber ich meine das ernst, Junge Aber darüber joke man auch nicht so Frage ich ehrlich Gut, Roxx, kuss für deinen Kürten Ehre X-Bogen Oh nein, oh nein Du nervst so sehr Es ist zum Schreien Und da ist eurem neunten Kuss Ehre Geile Kombi Bitte mehr mit dem Nein Nein? Sag mal Okay, ähm Ich sage Ich sage Rakete jetzt mal Alter Ein auf X vor was geht Wie geht's dir? Hast du den Nerd schon gehört? Hallo, noch eins Ähm Blitzzauber Hier schreibt doch einer 100 mal rein Dass was hilft Das letzte Mal Dass Lukas eingeladen wurde Lukas packt so ab Junge Aus Prinzip Müssten wir morgen Nochmal den Challenge machen Loh, damit er richtig sauer ist Luis Ich danke dir auch für den Sam, Aserio Sanchez Ehre Wer ist der Songwriter? Künstliche Intelligenz Du, Garcia Oh mein Gott Das wollte ich nicht Oh mein Gott Es ist Winter Und ich träum von meiner Summer Love Ich finde Lukas lustig Der ist mein Spirit Animal Am besten gar nicht Gar nicht rauchen Gar kein Alkohol Das ist das Beste Spirit Animal Retard Axel Schweißspin Jaja, Shepard Du bist am schwitzen Aber du bist raus Ja, Dominik Ich bin am schwitzen Weil ich aufpassen muss Lugas der R nicht sagt Wofür er gebannt wird Auf Twitch Nö, das E-Wort Oh, der geht nach smart Der geht nach smart Meinst du? Dicker, ich habe gar keine Idee Was ich picken soll Ich schrift dir gleich Richtig Ich schufte nämlich gerade hart Viele appreciate nicht Dass ich gerade hart schufte Okay Ich meinte E-Golem Aber egal E-Golem geht auch Fit Ich habe dann einmal den Golem Dann E-Golem Der hat an sich gut gepickt Aber dann nicht mehr G-G-C-A E-Golem hat sich auch freuen Ehre mal lieber Vielen Dank Kotz Oh, das Kelligen ist gut hier E-Golem und einmal den royalen Riesen Wollen wir den nicht? Kann ich was anderes haben? Nein Ach Mann, jetzt pickt er Hexenlightning Hexenlightning Ist ok, das ist ein Hexenlightning Mann Ach, der kann Du kleiner Heslon Du kleiner Heslon, Junge Wollen, first play? Zodiac Ja, Rohat Hallo, ich bin Jonas Rohat Jumma, wie viele Spieler fallen euch dazu ein Ja, alle gute Spieler, hä? X-Bogen 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 Oh nein, oh nein Du nervst so sehr Es soll sein Das ist aber in Ordnung Nicht, Alter Aber mit dem Bild ist der Alert noch eine viel größere Psychose Oh, geil Oh, jetzt Kelly King davor und dann Vito voneinander Digga, ok, scheiß der Elixier vielleicht Ja, der ist 9 7 8 Ja, der ist los Wenn man lange Haare hat, muss man die jeden Tag machen, sonst sehen die guckt aus Ja Ich war heute bei dem Friseur Die sahen auch schon mal anders aus heute Und das wars Nein 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 Doch Nein Friedhof Achso Achso Digga hat mich wirklich Digga hat mich wirklich Er muss halt einfach sein Friede für Biosen, ne? Digga, du bist ja nicht meins Bird pro anime Der Hexe irgendwie broken gegen Kennen, hier kann das sein Oh, warte mal jetzt Jetzt Ritter davor Ritter irgendwas davor Andere Seite kommen Nein, da muss ich davor spülen, Bro Die Hexe allein reicht, wenn ihr jetzt spawnt Machen wir das so? Was soll ich denn machen, Bro? Lass doch mal wachsen Bro, Isle of X, Bro? Sag mir, Dauerwelle ja, nein bei mir Was sagst du? So ne leichte Dauerwelle würdest du es fühlen? Quatsch Scheit Digga, sei mal leise jetzt mit deiner Dauerwelle, bitte Die kriegen eigentlich so kacke, ist zum Passwort nicht schon Na, doch, 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 ich sage ja Oh, das ist der Turm Was redest du, Bro? Das ist der Turm Das er nicht mal nehmacht, ne? Hä? Ich sage, das ist es Egal, ich mach auf jeden Fall irgendwas Wie irgendwas Wie irgendwas Wie irgendwas Bro, ich kann nichts machen gerade Ability Ich werd gekocht Ability Ability Du Mannes Es kann nicht schwer sein Er will nicht gewinnen Er will nicht gewinnen Bro Ich schwör, du hast so viel Glück Du hast so viel Glück Du hast so viel Glück Es ist wirklich geisterkrank Es ist absolut geisterkrank Wie viel Glück du hast Sag mir, sag mir bitte Wo hat er Glück? Wo Hat er Ja, bitte Glück Er hat einfach zwei Sekunden vor Er hat einfach zwei Sekunden vor Auf der F*** Trittau spielen sollen Mit der Skalicking der andere Seite Lukas hat Glück, du Eierkopf Das war ja nicht so Er hat kein Glück Seine Gegner sind komplett Bro, es kann nicht sein Ich geh rein Es kann nicht sein Was der macht Mach Edgar Wenn du Edgar Cut machst Gifte ich hier Äh Ja, wobei das geht noch nicht Du hast noch nicht lange genug Haare Ja, ich rede da nochmal drüber irgendwann Auf gar keinen Fall Auf gar keinen Fall Okay Alles gut dann Wer ist überhaupt ein XYZ Und warum hat er 3000 Sub-Gifts? Das ist Haramans Das ist Haramans Ähm Wirklich? Ja Be the Royal Giant Bro, das kann nicht sein Sie singen Nein, das ist nur zuvor Digga, ich kenn doch die ganzen Leute nicht Woher soll ich das wissen? Mach vor so auf E-Giant angelehnt Der kommt gut bei Frauen Klar, normalste Der normalste Queen Ja, Dominic hat den AG Das Problem ist halt Dominic AG zu geben Ist eigentlich auch eine miese Finte Den Royalen Weil das Problem ist Dominic ist ein guter Royal Giant Spieler Aber Dominic kann kanonieren Dominic kann kanonieren Bro, das ist ein Sniper Und das ist Sabernis Ein aus dem Chat 1000% aber egal Kennst du den? Ne, aber Eigentlich nicht Warte, ich guck was war der Pi Pick mal E-Giant Ich war dran Du hast nichts gesagt E-Giant Wie gemein Ausblickisch Wer ist jetzt? Ich bin Du nimmst X-Bogen Also der hat, wenn das der ist Ah ne, es ist TM Und dann nimmst du Und dann nimmst du Ähm Barbarnhütte Egal Ja Es ist ja Ich bin Wofür Ich bin Wofür Ich bin Wofür Aber warum sollte der Wer ist denn? Ja, ich schreib schon Wow Der ist 41 Minuten am Zocken. Und sein letztes Match hat er vor 3 Minuten und 2 Sekunden gemacht. Er ist direkt reingejumpt. Er ist eigentlich immer direkt reingejumpt, muss man ihm lassen. Kann man sehen, ob er deutsch ist? Nein, ich habe Roy Alpi geguckt, er hat kein Match. Er ist einmal 25. geworden im GT. Er ist ein bestes Finish 5000. Ein Mini-Account. Der ist auf jeden Fall... Der, 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 der wusste so, ich habe Kanonier, der fickt Muttexer Poison, weil der wusste, ich werde... So ist... Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, klar. Aber Kanonier kann man ja auch theoretisch sehen, so. Digga, wenn du jetzt den Kochbogen setzt, dann hast du ihn gekocht. Ja, ich spiele auf dem Account die ganze Zeit schon leider. Er hat vor 15 Stunden gespielt. Vor 2 Stunden hat er angefangen mit 2 gegen 2. Er hat die ganze 2 gegen 2 Kämpfe gemacht. Und dann ist er vor 42 in die Challenge rein. Er hat Coch, den Kanonenmann. aber da bin ich nicht gut mit ja das wird er vermutlich vermutetermaßen wird er das du bist auf jeden fall der bessere spieler der royale der royale kochst du ihn ja dass er überlebt ist aber auch ein skandal ist ein spiel auf höhe was macht er wo du bist kurz davor hin zu kochen er ist ja der poison wieder oh poison brauchte ich glaube du kochst ihn die sind seppis ne digga dass der x-bogen da auch lebt alter schwede also kacke ist unfassbar wirklich das ist ja in der tatsch wo dein gegner der wehnt auch das ist ein opfer ist ein opfer leider von mir aus könnt ihr gerne jetzt ein 1 gegen 1 machen weil das war auf jeden fall ein snipe ich pick auf ich pick ich pick auch poison hexenmutter und radiat und skellicking und äh und äh und äh wie heißt das äh was sagen die stimmen wollt ihr 1 gegen 1 machen ums zu entscheiden weil das war ein snipe äh ja ok best of 1 best of 1 best of 1 machen wir gewinner gewinnt und ihr pickt euch gegenseitig karten ja wie mit faust ihr pickt euch gegenseitig die karten ok das heißt du pickst die karten für dominik lukas und lukas äh dominik pickt sie für dich das finde ich verwirrend das ist auch verwirrend das ist auch verwirrend tatsächlich ja rein rein ab digger fahr mal an dominik let's go also bist du jetzt bist du jetzt schon ich weißt du alle 8 karten du pickst für mich alle 8 karten pick ich für dich hast du gecheckt du kannst du das ja domenik muss anfragen ok so mega ausfall zack ok ich bin gespannt jetzt entscheidende runde so was darf ich haben nimm mal elixier wird ok du nimmst einmal trost und und du nimmst einmal ofen ok interessant bis hierhin ja ok nimm mal schneeball und rage ok nimm mal ich sehe was ihr kochen wollt ok nimm mal eisgolem ok und nimm mal tesla jaja jaja das kracht so rein ne das kracht wirklich so rein das kracht wirklich so rein ich hab bisher keine karten hier nimm mal tornado bro ist das schlecht oh das sag ich nimm mal e-spirit nimm mal e-spirit und nehn mal wallbreaker nimm mal wallbreaker nimm mal wallbreaker Bro Bro, du bist geistig Er könnte sich wirklich kochen mit Agis, weißt du, ne? Und Bin ich nochmal dran? Ja Ritter Okay Du nimmst einmal Feuerball Das ist gut Und du nimmst Einmal Du nimmst einmal Boah Poison Du musst sagen, Baban, Baban, Baban Ich hab nichts gepickt Ja Egal Du nimmst jetzt Poison Okay I mean, der ist ähnliche Value wie Baban Ist der smarte Hase Oha Interessant Was glaubt ihr, wer gewünscht hätte? Was ist euer Call? Ich sage, das wird eine ganz ähnliche Kiste Ich sage, das wird eine richtig ähnliche Kiste Keine Zürmer Biet unter 2k Das war's Das war's Das war's Boah, das kracht bei dir nichts von mir Das war's, okay? Das war's, okay? Meinst du nicht? Boah 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 Boah, der E was Carried, ne? Ja, der E was Carried, ne? Ja, das war's noch gegen Egolem Ja, nee, das war's noch gegen Egolem Ja, aber der E was Carried auch irgendwie, ne? Ja To be fair, ich hab mal Wagen gesetzt, wär's genauso gewesen Ja Also du kannst nichts gegen seine Offensive machen, to be honest Ja, ich find schon Okay Das ist so Felix hier Ja 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 gut, wenn er das nicht spülen würde, würde er einfach Rage und Schneewe machen, so Ja Ich hab dann Ego, schütte alles Zack Also, also AG war eigentlich komplett, komplett Luster Pick Also wenn du mir AG gibst Egal was anderes wär besser Ja AG und Labe uns in zwei Karten, die man diesem Mann niemals geben darf Sie ist oder dort Egal, ob er sich die erste Minute nicht einloggen darf Unmöglich Ja, unmöglich GG, krank Damit kriegt Dominik's Ding krank, heftig Das ist das Halt Und ig